kann man gut nach los angeles ja das ist das 737 recht zügig gehen ja ich das auch mal aus ansonsten kannst du auch gern von irgendwo nach dubai fliegen dann dann mal alle drei da so ihr da acht ihr fliegt beide nach dubai über über und gucken dass man dann relativ zeitnah zusammen ankommen ich meine gut wie gibt es schon ein bisschen eher los und habe eine kürzere strecke ja das wird nicht hinhauen ich werde wesentlich später erst mal ich brauche jetzt noch eine dreiviertel stunde für die checkliste ja stimmt naja gut aber es ist ja auch schon um 11 deswegen wollte ich eher starten natürlich ja nein völlig in ordnung alles gut ja alles gut ich weiß gar nicht ist da viel besetzt gerade ich habe nur einmal center jetzt dass ich überfliege in libanon aber so wie es aussieht liegt ich da so am rand dass die mich wenn ich glück habe gar nicht mal an punkten weiß und wenn dann sagen sie mir bitte auf die höhe gehen oder irgendwas aber ich meine ich bin das einzige flugzeug in deren luftraum ja da können sie mich auch machen lassen und dann kann auch immer sagen unable 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 und irgendwann lassen 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 sich in ruhe einfach dumm stellen und unable sagen und denken ja genau englisch werden sie schon sprechen aber wenn du am besten sagst antworteten auf deutsch ich habe keine ahnung was du mir sagst hallo Landtricks hallo Quartz zu kommen an Bord das ist ja schnell das ging flott ich glaube ich mache auch gleich ein streamer in der nächsten Stadt schweig auch noch mal so ich mache jetzt erstmal einen flug von San Francisco danach das ist ein schluss und dann schaue ich mal ich denke da wird immer noch genug zeit sein fährt von irgendwo nach dubai zu fliegen ja zur not mit irgendeinem düsenjet und dann suchst du und genau fangst uns ab so dann mache ich jetzt mal meine meine checkliste hier aber so ist es nicht eingetreten dass er mit drei verschiedenen simulatoren fliegen ja ja das ist ja geil stimmt achso warte mal evau müsste ich dann ja anmachen ne 0996 ist der pressure so niedrigen druck hatte ich noch nie in dubai momentan die 34 grad lufttemperatur wind aus 330 mit sechs knoten bei mir werden das eh wieder komplett andere winde wenn ich hier im x plane das reale wetter nehme jetzt wird sich bis dahin wahrscheinlich auch noch mal ändern ja gucken guck was ist jetzt apropos wetter ach evau schepapa evau überschreib grad hier mein wetter das kannst du ja noch nachträglich ändern äh noch starten ja ja das muss ich jetzt mal ich muss nur das adminrecht mit adminrechten starten und dann ist das eigentlich ganz nirgendwo jetzt habe ich irgendwie ein minimum 220 configuration war das ne also okay ww 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 www so und wie kriegt er sich jetzt hier mit dem Wetterbanger gar nicht mehr ein das ist jetzt blöd du wirst noch in der Vorbereitung oder? ich? ja 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 ich ich fuckel gerade an dem Wetter rum aha jetzt klappt es gut dafür ist jetzt das IWO abgestürzt naja wenn nicht dann fliege ich jetzt halt ohne das kannst du einfach auch nochmal starten das tut nicht weh nee es ist an aber es lässt sich nichts mehr anklicken wenn du bei IWO die Route eingibst ja da musst du doch die ganzen Wegpunkte da eingeben ist das richtig? ja musste ja aber wenn du es nicht machst und nur DTT schreibst geht die Welt auch nicht unter du hast da jetzt niemanden der das validiert und überprüft in der Stelle dann machst du halt mit der Concorde einen VfR Flug dahin ne ist klar hallo live ATC welcome on board weißt du was bis ich das jetzt alles und ist schon wieder weg was wer? join part ja ihr habt wahrscheinlich gehört dass wir deutsch reden und dann bei mir steht da noch das müssen jetzt alle auf englisch noch steht da drin bei mir bei mir steht join in part im Chetty Log ja das Chetty habe ich auch aber irgendwie ich habe manchmal das Gefühl das ist bei mir sehr lahm warum auch immer das kann sein ja ach bei mir ist wieder mal hier so ein Bild eingefroren klasse was vorne mein linker Bildschirm der ist wieder eingefroren bei 11.000 ach komm ich lasse es ich gebe es dran ich sehe zu dass ich hier wegkomme so roof panel lights somewhere emergency lights to arm ADS standby proprietors und offwing anti-assist was ständst du mir auch an? fuel forward jo ah dabei fällt mir ein jetzt weiß ich was ich vergessen habe ein leeres Flugzeug hallo lemtricks hallo faxer welcome on board lemtricks wie geht's dir? so wo ich jetzt stehen geblieben fuel forward ein M6 auch von mir rente z fuel forward transfer switch is off and guard after trim switch is normal transponder wir fliegen gerade gemeinsam nach Dubai sozusagen bei Noseweiler off and guard landing gear lever ist normal bei mir ist alles super ich bin seit gestern zweifach nur papa hey glückwohin genau geoma ride is guard amdb 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 as configuration ram air to wind switches off and guard dann haben wir jetzt was ist das nächste aircraft fuel and aircraft load is checked ground power and rear extract fans on so jetzt können wir uns ein bisschen Licht anmachen hier zuck 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 ja dankeschön kleiner Junge geworden friedrich und ähm so das aus das aus und äh der kommt frau und kind kommen morgen oder spätestens übermorgen nach hause und dann ist es vorbei mit simulator fliegen das heißt muss ich muss ich heute auch noch mal einen flug machen er kann wenn der hausteil potenzial hätte dass ich den ganzen abend was anderes gemacht hätte naja morgen ist auch noch ein tag so cross on air conditioning on conditioning was sind auch on air data computers on temperature check 24 grad ist gut drain master heaters off transparency die ICD ist off mal gucken ob das ja von meiner seite wird ist kein problem mit kind auf dem schoß zu fliegen die frage ist das kann ich ja nur machen wenn meine frau schon ganz fest schläft und kind grad so abgefüllt ist mit stillmilch dass ich weiß okay jetzt kann ich zwei stunden auf dem arm haben ich hab also äh mein großer der der karl der ist fünf jahre der fliegt die concorde auch schon also ich muss ihm die starten ja ja ich muss ihm die starten und dann kann er die aber in der luft halten kann er die schon cool concorde pilot der ersten stunde absolut so muss das ähm ach jetzt weiß ich was ich ich bin nicht bei der sache heute es doch studio naja jetzt hab ich einen jungen den werde ich dann versuchen zum modellflug zu bekehren sehr gute idee so present position south 12111 1211 was mich hier irritiert sit east ja sit 96499 ich glaub wir haben wieder einen Staud ja ich flieg die ganze Zeit in die falsche Richtung ah nein wir haben wieder einen Staud sehr gut ich hab's ja schon vorhin vorhergesagt er muss echt die Routen von Hand machen ja aber das ist das kann doch auch nicht sein hast du ihn nicht überprüft die steht richtig drin aber er fliegt einfach nicht ab da kannst du jetzt aber annehmen ja naja vielleicht kommen wir doch noch gemeinsam an wenn ich nicht vorher zwischenlanden muss aber ich hab ja extra ein bisschen mehr fuel mit dann hoffe ich dass es reicht insert south 12 und 3 mal die 1 12111 insert east 9,6,4,9,9 9,6,4,9,9 insert so und crosscheck 1211, 1211, 1211, 1211, 1211, eh 96,49,9 96,49,9 96,49,9 und to align 123 was immer ein aid print ist ich habe kein Knopf gefunden da steht aids print Das ist, ich glaube, ist das nicht so ein Ausdruck über die Flugdaten? Die Gewichte und sowas. Ja, ja. Insgesamt Flugstunden vom Flugzeug und solche Sachen. So, dann einmal die Route laden. Ich glaube, nachdem ich die Route bearbeitet habe, ist es eh nur eine. Oh, ich glaube, die Leute sollten sich beeinschneiden. Das wird etwas turbulenter. Ach, das auch noch. Schön durchs Gewitter durch. Mittendurch, ab durch die Mitte. Nö, der Regenradar sagt nichts. Das ist entspannt. Das ist einfach nur ein bisschen windig. Ach so. So. Ein bisschen ist gut. 56 Knoten Wind. Von hinten rechts. Hui. So. Deswegen zeigt er aber im Wetterradar natürlich nicht an den Wind. Ey, Hallöchen. Das ist ja heftig. Ich leide auch gerade hier, ist was für. Dubai runter. Ich fliege auch noch Dubai. Ach, cool. Das ist nur die Frage, von wo aus. Fällt ich da irgendwas ein? Von Zypern gestattet. Und so wie es aussieht, kannst du mich noch einholen. Ich bin ja gerade eine halbe Stunde Umweg geflogen. Okay. Hast du irgendwas angemeldet? Also auf die Vau? Also hast du irgendwas? Äh, da ist er nicht. Okay. Ich habe im Prinzip die Kontrollzone jetzt im Flogen, kannst du sagen. Sehr gut. Wenn einer am Radar gerade lachen. Okay, die anderen sind jetzt eine offline. Die hat ja, äh, gar arg irgendwas. Ja, das ist zu spät. Schon mit dem wirklich gesprochen, oder? Nö. Habt ihr euch schon mal gehostet? Nee, aber Blackbox hat schon mal Carsten gehostet. Das ist auch cool. Da kam dann auf einen Schlag 70 Pure. Oh ja. Das war... Heftig. Kamen auch ein paar Followers rein, ne? Ja, ja, ja. Tatsächlich. Tatsächlich. 1, 2. So. Schauen. Zieht super aus. Was war denn nochmal diese Endurance? TTR? Endurance, deine gesamte Flugzeit für Sprit. Ach, das Ding. 4, 13. Hast du nochmal den Insou-Code von Zypern, da wo du gestartet bist? Ja, der ist... LCLK. LCLK. Danke. LCLK. OMT. Yeah. Yeah. Subscribe with Twitch Prime. Danke. Cool. Hängt das auch an? Das... Nee, das hab ich glaub ich nicht. Na, wer recht jetzt schon damit? Ja, das genau. Ja, das ging ja bis jetzt. Doch, nee. Subscriben konntest du nicht, glaub ich, schon immer, ne? Warum find ich jetzt diese blöde Concorde nicht in der Liste hier? Verdammt. Verdammt. Aber die hat man doch schon mal... Ja, das Problem ist ja... Ach, ich hab meine MTL-Library auch noch nicht hinzugefügt. Äh, noch einen Punkt auf der Liste. Type of Aircraft, was ist das doch, oder? Ja, eigentlich schon. Oh, ich glaube... Oh, ich glaube... Ah, jetzt darf er jetzt... Ja, Moment. Ah, Aerospital. Konkord da. So. Wie sieht denn das da aus? All right. British Airways Library. So, Route Direct. Cruising Speed. Steht, da steht ne Holding drin. Da, more, hä? Level. Oh, Departure Time. Oh, nee. Ich krieg das hier nicht hin, dieser scheiß Flugplanung. Ich komm hier nie weg. Wie lange dauert der Flug von Zypern ungefähr? Weißt du das, oder? Wie lange der Flug dauert? Mhm. Ich kann's doch selber noch schon. Äh, ach so, warte, ja, ja, warte. ETA. Äh, in Top Cat sagt er 3 Stunden 30 Minuten. Ah, ja, okay. Das ist auch schon. Das ist schon ne Weile. Ach so, das ist das Stichwort. Ich muss mal meine Augentropfe reinmachen. Ich bin gleich wieder da. Jo. Oh, Mann. Hm. Hmm. Bist du wieder da? Ich bin wieder da, ja. Was ist, ähm, Cruising Speed? Das ist meine Geschwindigkeit, oder was? Ja. Was ist denn diese 15 davor? N, M, K? Äh, warte mal. Ich muss mal kurz in mein Flugplanfenster gehen. Äh, 15 Cruising Speed. Und dann schreibst du einfach N hin. Okay. So, Flight Level F? Flight Level 3. Ich weiß nicht, wie hoch du fliehst. 60.000, aber, äh... 6.000. Ja, das ist klar, aber F, A, S, M... F. F. Also, unterhalb der Transition sagst du halt A wie Altitude. S weiß ich nicht, M weiß ich auch nicht. Okay. Aber, aber, aber... Dann habe ich das, ja. Da. So... Der Flughafen, von dem wir abgeflogen sind, heißt Lanarkar, oder? Ja, genau. Sag mal, von hinten rechts hab ich jetzt 63 Knoten. Kann das stimmen? Naja, schon. Hammer. Sag mal. Hä? Was ist denn für ein Quatsch jetzt hier? Ja. Naja. Brückenwind, das ist auch okay. Spare ich noch ein bisschen Sprit. Naja. Ich verzweifle gerade. Woran? Äh, die ich aus meinem Flugroutenplaner-Programm die einzelnen dämlichen blöden Wegpunkte rauskriege. Ja. Ist egal. Schreib. Schreib. Nö, ja, nö. Nö. Das ist... Irgendwann muss ich's ja mal hinkriegen. Ja. Export-Flightplan. Export-Flightplan as GPX, GFP, RTE, FLP oder FMS. Aber ich glaub in keinem steht's drin, ne? Das muss doch irgendwie gehen. Ich brauch doch nur die, 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 die Ident sind das eigentlich, ne? Ja. Ja. Mit Labzeichen getrenntes Toots. Mhm. Äh, ich will die noch nicht einzeln rauszippen. Das muss doch irgendwie anders gehen. Hast du doch den SIM-Flight-Commander, da kannst du die FLP-Datei laden und dann zeigst er den auch an. Den Flight-SIM-Commander so rum. Dieses andere Programm, das du dir irgendwann mal gekauft hast. Damit geht das? Der zeigt das an. Bei mir zumindest, ja. Ich mein, ich frag den Load und dann zeigt er dir die ganzen Route-Punkte an. Wenn der Pech ist, dass wir GPS-Koordinaten werden, dann ist es dann ziemlich unangenehmlich. Ach ne doch, ach das stimmt, genau. Ach cool. Haha, das ist ja ein geiler Tipp. Ach, guck mal. Flight-Manager auch, oder? Flight-Plan-Route-Error. Achso. Ach, den Departure. Ja klar, okay, gut. Die Airport sollte ich dann vielleicht rauslassen. Genau. Vielleicht hab ich meinen Top-Off-Climb. Sehr gut. Ich bin noch nicht mal annähernd vom Boden weg. Äh. Ne, das dauert schon weiter. Äh. Ne, das dauert schon weiter dann. Ja, ich bin noch nicht. Und ich seh bald die Runway nicht mehr, wenn ich hier nicht bald wegkomme. So. Transponder and Tika System. Einmal check. Oh mein Kind weint. Okay. Alles klar. Naja. Hm. Ich probier grad am Handy deinen Stream anzuschauen, aber ich glaub, der bleibt das nicht. Mein? Ja. Aber warte mal. Ich bin nicht bei dir drin. Ich wollte es nur mal wissen. Also ich hab dich nicht in der Liste drin stehen, in der Nutzerliste. Ach. Aber die stimmt auch sowieso nur seltenst. Ja. Hallo Hörnchen, welcome on board. Jetzt geht's weiter mit der Checkliste hier. Ah. Ich hasse meine Handy. Das ist ein Messerat. So. Zero Fuel Weight. Zero Fuel Weight ist... Das hatte ich doch gerade schon irgendwie gesagt gehabt. 792. Oh. Das ist wirklich nicht viel. 792. Zero Fuel cg ist 5349. Ist schon... 49. Grüße. Grüße. Grüße zurück. Haha. Wie geht's dir? Aircraft Weight. In digitaler Form. Oh. Warum ist denn da alles 0? Das ist interessant. Naja. 7. 9. 2. 2. Mach den jetzt. Und... 3. Jetzt stehst du drin. Es heute. Ah ja. Ähm. Jetzt hab ich echt das Handy ausgemacht. Fuel. Ich bleib ich mal drin. Fuel hab ich. 78 Tonnen. 78 Tonnen. 14. 7. Das hört sich gar nicht gut an. 8. Nö. 1. 4. 157 Tonnen. Stimmt. Total Fuel. Zu analog. 78. 100. Check. Correct. Aircraft Weight is checked. Dann geht's jetzt weiter. Tank 9. Main Inlet Vice to Auto. Und All Right Vice to Off. Tank 9 pumps left and right hand on. Tank 10 pumps left and right hand to Auto. Tank 9 D air is off. Tank 5A and 7A pumps off. Standby inlet valves all off. Jettison fuel bay all shut and secured. Trim pipe drain is shut. Tank 5A and 5, 7A and 7 transfer valves then shut. Tank 5A and 7A pumps left and right hand to Off. Tank 5A and 6A inlet valves to shut. Over right valves to Off. 7A and 8A inlet valves shut. 7A and 8A over right valve off. Interconnect valves 6A and 7A shut. 5A and 8A shut. Tank 6A and 8A pumps left and right hand off. Tank 11 main inlet valve to Auto. Main over right valve off. Hydraulic pumps green and blue to Auto. Tank 11 pumps left and right hand to Auto. Tank 11 D air off. Main engine field pumps 1, 2, 3 and 4 to On. Preliminary cockpit checklist complete. Before start checklist. Cockpit windows closed. Flight control inverters on. PFC master warning cancel. Anti-star system on. radar INS switches to INS. Navigation radios are set. Initial altitude. To 20 feet. Q&H altimeter set and cross checked. Transponder. To stand by. So, ich bin wieder da. Hi, alles gut? Hallo. Ja, 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 die hat irgendwie total geschwitzt und ist davon aufgemacht glaube ich. Hörte sich so ein bisschen nach Husten an oder ist es einfach so, weil es sich dann so anstrengt beim Wein? Ich denke mal. Ah, okay. Pass auf, was nicht, dass ihr Fieber kriegt. Oder, oder ist es warm bei euch? Navigation. Bei uns ist es noch warm und spült. Ja, bei uns auch. Navigation. Aber ich weiß auch nie, wenn die im Krankenhaus immer alles anfassen und so, ne? Swattlemasters main. Ground Hydraulic. Check out yellow, yellow. Off, off. Fuel heaters. To auto. Engine recirculation. Wires and shut. Secondary air loss and auto. And battery switches to bad. Hörnchen out schon begrüßt. Hörnchen out. Hörnchen out, ja, den habe ich schon begrüßt. ASI-Bugs. Immer so ne Frage. Waren bei dir in Zypern irgendwelche Flughafengebäude? Ähm, ich glaube ja. Ein paar, hm? Naja. Hier ist gar nichts. Aber ist schon okay. Pitch. So, ASI-Bugs. We won. Das war so wenig, ne 146 glaube ich. 144. 144. Das ist echt wenig. 144. Rotate ist 166. Ist ja putzig. Trotzdem wird das eng werden, glaube ich. V2 ist 192. Und V2 plus 40 ist 232. 220, 230, 32. Pitch index ist bestimmt irgendwas um die 14, 14,5. Ähm. So, P7-Bugs. So, P7-Bugs. Engine 1, 2, Engine 3, 38.6. Hä? Ne, das kann nicht sein. 21. 20.1. Ähm. Ich glaube es hört nicht mehr auf zu regnen hier, bevor ich hier wegkomme. Engine number 4 ist 19,7. P7-Bugs sind 38,6. V2 plus 40. Was hattest du mit? Hallo, Götzbüchburger. Es ist echt schön, dass du da bist. Wann geht es los? Dauert noch ein bisschen, glaube ich. Gerade hier bei den Vorbereitungen. Ach, hast du deinen Besucher? Ähm. Ich habe einen Besucher, ja. Seit der Füßburger. Okay. V2 plus 40, das ist, ähm, die, 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 die Geschwindigkeit, bei der ich minimal mit einem Pitch von, äh, 14,5 Grad steigen kann. Das ist das Witzigste. Drei Twitch-Streams gleichzeitig mit einem Discord-Channel. Ja. Mit einem Ziel. Cool. So, so. So, die Batterie wollen. Sie wollten, ja. Das ist dieser, ähm, PMTG, der da mit dabei war, ne? Der war ich heute auch mal im Cockpit und hab versucht, sie ohne Checkliste anzumachen, das wird mich aber kläglich gescheitert. 4 D ich hab gerade. 4 D ich hab gerade. Für Engine Number 4. Ah ja, ja, genau. Hm. Ja, das ist ein bisschen schwieriger. 38. Also, nicht so schwierig, wenn man erstmal ein bisschen weiß, wie es ist. Mit dem Basis A23-Wissen kriege ich es ja nicht an. Ja, das ist aber auch ganz schön unterschiedlich. So. Hast du schon... Immer, 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 immer gerne, Hörnchen. Also wenn du Fragen hast, einfach fragen. So. Cool. So. So, Glocken TLA-Bugs brauchen wir nicht. Wir haben keine neue Restrictions. Seatbelt Signs. On. Doors Close. Und Claren. The Northwest Streamliner Wackham. Doors. Hey, wo kann ich nachschauen, wer hier gefollowed hat? INS 1, 2, and 3. Ich wusste das. Das war dein Duisburger, aber wo er sieht. Ah, okay. Der Dank für den Duisburger für den Follower. So, INS 1, 2, and 3 to Navigation. 1, 2, and 3 to position. 1, 2, and 3 to position. 1, 2 to wind data. 1, 3 to position. 1, 2 to wind data. 1, 1 to navigation points. So. Toliver start from ATC. Das können wir uns schenken. Da ist wohl keiner online. Master Warning. Recall. Artificial Field Pumps. PFC and Auto Civilization. Engine 1 to 4. Internal 1 to 4. Hydraulic and Electric are on. Das ist korrekt. Anti-Collision Lights on. Die habe ich glaube ich gerade schon angemacht. Jo. Flight Deck Door Lock. Check off. Du hast Ahnung vom Fliegen. Cool. Fliegst du selber irgendetwas an Flugzeugen? Throttle sind idle. Ground Crew Call. Bevor Start Checklist complete. Pushback Checklist. Conditioning Valves to off. Cross Split Valves off. Engine Number 3 and 2. Engine 1, 4 and 2. 3 idle switches to high. They are. Generator switches on. 3, 4. Die Bow switches on. Und. Noch im FSx demnächst auch in echt. Okay. Jetzt wird's interessant. Was fliegst du dann in echt demnächst? So. Timer Set. And. Startup Engine Number 3. So. End 2. 10, 11, 12. HP Valve open. Hallo Sumpf Pupol, ihr Pupoil. Das war das was du gerade. Okay. Ja. So. Die Bow switch back and Startup Engine Number 2. End 2. To 10, 11, 12 and HP Valve open. Master Warning. Cancel. Pull up. Pull up. Geil. Dann wünsche ich dir ganz ganz viel Durchhaltevermögen. Und. Ähm. Ja. Happy Landings. Cool. Ja. Super. Mhm. So. Was macht der? Hydraulics. Green System. Blue System. To on. Das muss ich mal fragen. ATPL. Green. Blue. Wofür ATPL steht. PFC Master Warning. Cancel. And. Pushback. Äh. Welche Runway habe ich denn hier überhaupt? Ich soll starten von... Take Off. ... Airline Transport Pilot License. Cool. Oh. Da brauchen wir... Ja. Äh. Bewirbst du dich da bei irgendeiner Airline? Dass du dann nach Möglichkeit in die Richtung vielleicht auch äh finanziert wirst? Mhm. Mhm. Sehr schön. Was sagt der? Ach der Departure. Runway News. 5... 10... Das ist richtig. Nach der Ausbildung zahlt eh keiner mehr. Wobei man ja nach einer Ausbildung äh normalerweise von der Airline ja übernommen wird. Die bilden einen ja aus damit sie einen dann... Damit man das dann anteilig zurückzahlen kann in dem man für die arbeitet. Zumindest habe ich das so... 15 also Nose to right. Pushback Nose to the right. And... Bleed Valves open. Cross Bleed Valves open. And Startup Engine number 4. Hallo Predator. Welcome on board. Hallo. Willkommen Captain Tobi B. Und es zeigt das Kanal. Welcome Kiddie Mumu. Was? 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 Das ist... Ne, ne? Oder? Nein. Jetzt im Ernst? Im Ernst. Ach das ist... Ohohoho. Oh das ist schon... Ich hab meinen... Mein Stream hier auch an. Aber ich seh die Zuschauer nicht. Ich seh die Liste. Äh... Ne, der... Ja richtig. Da empfehle ich dir das kostenfreie Crancetti. Schreib zu mal. Ah ne, ich hab's jetzt schon. Ah ja, okay. Das wär auch nochmal gut, wenn du das... Was wollen ihr? 120.000 Euro? Ohohohoho. Dann lieber für die Hälfte bei einer privaten Schule. Ja, absolut. Absolut. Das würde ich auch nicht machen. Boah, das ist ja Wucher. So. Ähm... Pushback. Wobei ich jetzt in so einem... Crossplate was shot, Conditioning was on. Äh... Gehört hatte, dass der sozusagen... Also der ist mit im Auswahlverfahren von Piloten mit dabei, Jahr für Jahr. Und äh... Die Verfeiner ist von Jahr für Jahr. Der sagt, die nehmen halt... Es gibt ne... In Anführungsstrichen Schwämme von freien Piloten. Diese halt deswegen immer erst... Äh... Nicht so gern nehmen, weil die halt... Äh... Nicht speziell für die Airline ausgebildet sind. Und äh... Da bedienen die sich natürlich in ihrem selbst ausgebildeten Fundus. Aber das ist natürlich mit solchen finanziellen Umständen verbunden, ist das ja krass. Wer hat ja schon 120.000 Euro auf der Seite. Ja. Das gibt dir ja keine Bank. Ja. Unter den Voraussetzungen. Krass. Was ist mir ähm... Ahja. Da brauchen wir schon irgendwie ein Haus als Erdmeister, was wir nicht brauchen. So. AFCS checked. Auto-Stabilization number one. Number two. Artificial Field one. Artificial Field two. Die Eignungstests sind hier auch nicht ohne. Brake Fence on. Timer reset. Ach quatsch. Door Warnings. Set. Das ist ja merkwürdig. Hydraulics. Checked. Electric one. Checked. Electric two. Ground Bypass. Engine one four. Idle switches to low. Engine control. To fly over. Checked. Engine number four. Limiter to 88% for take off. Tank eleven. Load limit. Und jetzt... Ähm... Liegt heute bei... 3122. Das ist aber wenig. So. After trim switch to after. Und... 3000... Was war das? 100... 22. So. Dann machen wir jetzt die ganze Beleuchtung hier mal aus. Floodlights off. Ich finde die Uhrzeit schon eher gruselig. Roof and Panel lights off. Und ich flieg grad erst los. Ja. Ich hab noch... 2 Stunden bis zu meinem Top-Off. Nose end wiser. Down to 5 degrees. Parking brake. Release. They see me rolling. They hate me. Taxi turn lights. On. Wo ist das ein Scheißwetter? Strömender Regen. Ich fass es nicht, ey. Bloß weg hier. Ja. Das scheint hier dauer zu regnen. In dem Kaff. Hier gibt's ja auch nix. Hier gibt's ja noch nicht mal ein Turnpad am Ende vom Runway. Das haben die vergessen zu eigentlichen. Ich glaube auch. So. Aber ich hatte mir den Flughafen nochmal angeschaut. Da war ja wirklich nicht viel. Also am Gebäude fehlt da nicht viel. Nee, nee, da ist nix. So. Du hattest ja schon wirklich dieses Addon. Ja, ja, dieses kleine. Ja, ja. Ich hatte so'n kleines Addon. Die Lufthansa ist nicht mehr das, was sie mal war. Tschö. Ähm. So. Ja, das war ja maximal kurzer Taxi hier. CG. Ist. Okay. After trim switch to normal. Dann load limit controller tank 11 to. Climb value. Das sind 10.500 Kilo. So. 10.500. So. Dann. Tank 5 & 6. Inland-Walves to Auto. 7 and 8 inlet master auto, engine feed pumps all on, fuel or pressure protection armed, tank 5 and 7 pumps left and right hand on, 6 and 8 right hand on, 4 DR, 10 and 11 DR pumps on, tank 6 and 8 left hand is off checked, tank 5A and 7A pumps on, ground equipment, after start checklist complete. Okay, jetzt weiter nach meiner Liste ist jetzt der Duisburger wieder gegangen und nur Kitty, Momo und ich bin da. Ja, ich hab jetzt auch mal mein Stream hier geöffnet und dein Stream woanders. Ja, kompliziert, der ist halt so ein 70er Jahre Flieger, der hat halt viele Schalter und durch diese Trimmung hat man halt relativ viel an den Fuel Tanks zu tun immer. So, jetzt geht's weiter. Anti skid, anti tire lights sind off, brakes sind checked, flight instruments checked, no flags, flight controls checked, trim is set. Z, throttle master to other position, auto throttle on, auto ignition on, engine stable, throttle masters to main, drain master heaters on. Da hast du eigentlich, äh, jetzt hat das eingestellt, dass du uns auch sehen kannst, oder? Nee, hab ich leider nicht angeht. Noch nicht, hab ich vergessen, aber dann... Preiserations, Taktikitas... Ja, ja, kein Problem. Sind auch on. Engine rating mode is take off. Crossfeed was... Runway up here. Shot... ... oder wo landet hier? Ja, ja. Air intakes. Ramm spillmaster, auto and guard. Hydraulic lane switches to auto and lane switch to lane A. Jetzt kommt der Wind momentan. Also, äh, es ist eigentlich, es ist noch nicht so ganz klar, welche wir am Ende wirklich nehmen. Na ja, okay. Guckt ja eh da aus. Reverser. Checked. Ja, die INS Navigation ist eigentlich, eigentlich ganz einfach. Du hast halt das INS System und gibst da halt deine GPS Koordinaten ein und die fliegt halt ab. Das einzige Problem ist, du kannst maximal, oder solltest maximal sieben Wegpunkte eingeben. Der achte und der neunte Wegpunkt wäre für ein Holding frei. Und du musst halt nach sieben Wegpunkten im Flug nachladen, sonst geht's halt wieder zurück. Dann geht's einmal 180 Grad Kehrtwinde wieder zum ersten Wegpunkt. So, Reverser sind checked. Engine overheat is not required. CG position is checked. Take off CG switched. Brauchen wir nicht. PFDIS. Was haben wir denn heute? Wie viele nautische Meilen? Ja, echt. Man muss die echt nachladen im Flug. Kein Witz. So. 3.336 nautische Meilen, also 3.333. Okay, okay. So. Set. Taxi checklist complete. Before start checklist. Landing lights and on. Transponder. Is. On. Set. Wheel over heat lights and on. Ich muss sagen, meine Route hatte auch was Unrealistisches. Ich bin mit einem A23 komplett einmal durch Syrien durchgesprungen. Ich weiß nicht, ob ich das normalerweise überlebt hätte. Wahrscheinlich eher nicht. So, jetzt habe ich gleich das Problem unter Garantie. Ich habe da kein Turnpad hinten. Da heißt es, ich muss in die Wiese rein. Scheiße. Da wird sowas wie Sidstar ganz lustig. Ja, die kannst... Das hatten wir gerade... Da hatten wir gerade drüber beim Anflug in Dubai gesprochen. Der Witz ist ja, dass die Concorde eigentlich nie eine Sid oder eine Star geflogen ist, weil die eigentlich überall Priorität hatte. Das heißt, du hast eigentlich überall Priority Landing gehabt und durftest dann eigentlich direkt einfliegen im Grunde genommen. Deswegen brauchte die das nicht unbedingt. Willkommen, Scout Bang. Scout Bang ist bei dir? Ist der auch bei mir? Nee, bei Concordex ist er. Ja, das ist ein Freund von mir, den kenne ich. Ah ja, der war bei dir und ist wieder gegangen. Ja, dann... Aber der hört mich alles auch. So. Runway Line Up Reheat. Ich kann das gar nicht verstehen eigentlich. Engine 1, 4, idle switch ist zu high. Nozzle override lights and off. Pitch index ist checked. Trim ist checked. Flight directors checked. Brake fence, off brake fence. Overload MI ist black. Parking brake release. Here we go in 3, 2, 1, now. So, jetzt beten, dass die Runway lange noch ist. Speed building. Oh ja, ich muss mich hier mal zuschauen gehen. Also, laut Berechnungsprogramm passt das. Angst. Hat auch gepasst. Gear up. Gear up. Gear up. Wir müssen noch mal kurz behaupten, worauf ist ein Land Pelosi steckt und erkannt. Der fatur ist military night. itting. Bei mir ist auch schon in der Luft, verdammt. Du bist auch schon in der Luft, siehst du? So. Ich, ich. Achso, nee, du hast nicht gepasst. Nee, nee, der. Der, ich hab's verpasst. Ich bin grad hier noch an der Einstellung. Ich hab auch vollgehold in Dark-Modus. Jetzt müssen wir alles starten. Vielleicht nur, dann bin ich doch vor dir da. Das holst du nicht mehr auf. Das hol ich nicht mehr auf. Was hast du für'n Cost-Index? Äh, momentan hab ich auf 110 hochgestellt. Hopp. Ich flieg mal mit 35. Ja, naja, ich hab ein bisschen mehr Sprit drauf. Wobei ich jetzt noch ein bisschen schon ernten. Das PP hab ich gar nicht mehr. Momentan sind's noch 8,8 Tonnen. Landing gear. Neutral. Landing lights. Off. Master warning. Recall. RDS and stand by Pro Peters. On engine rating mode to climb. Preservation is checked. Alright. After landing checklist complete. 18,000. 18,000. 18,000. 18,000. 18,000. Ich mach' die fast voll. 18,000. No. Wurde ich aber auch��? 14,000. Ich mach' die fliegst,.'s Entschuldigung mit für den Spritz? Bei dem Sprit, als ich jetzt gerade den Sprit eingestellt habe. Okay. Ja, wird schon gehen. Naja, vielleicht stelle ich mal ein höheres... ...höeren... ...Kostindex ein, oder? Ja, kann so. Ich hab Angst, weil ich hab ja wirklich alles nur so halb eingetragen, so was müsste gehen. Das müsste erst raffen. Das letzte Mal hat das auch gerafft. So. Zuerst mal... ...in Richtung meiner Flugroute fliegen, ja... ...müsste ich erstmal einen schönen 180 Grad Turn machen, hier. Das ist ein bisschen stark. Ich muss die Messe vergessen. Ah, verdammt. So. 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 So, so 25.000 Fuss, dann kann ich jetzt direkt auf... Pitch-Hold gehen bei 26.000 Fuß Afterburner on und dann geht's streng zu Aufmach 1 so, ganz wichtig Engine Flight Rating muss ich mal eben noch auf Normal stellen das ist jetzt erstmal das Allerwichtigste und Taxi-Turnlights müssen auch aus Seatbelt Signs können auch Off ADS & Standby Pro Pitches to On Da sieht man den Schalter immer so doof Und Da kommen wir Mach 1 Oh, ich hab den Knall gehört Das war gegoben Sehr gut Welcome to Mach 1, Gentlemen Preservation Staticitas Off Also 9 Leute musst du ja mindestens mitnehmen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Haben wir noch für 3 Führer Platz Hallo Staatsminister Oder Staatsministern So Mach 1, 0, 3 Max Climb On Outside you Boah, guck dir das mit den Nachbrennern an Das sieht so geil aus Ich mag das Das sieht cool aus, ja So Schöner Sternenhimmel auf jeden Fall auch Diese Sternbilder Cool Ja, das war dieses Stern-Add-On Was ich mir da mal Das ist ja irgendwie die Straße hier Das sieht echt cool aus, ja Boah, das ist ja der Was denn? Die Die Wolken Welche Wolken? Wo? Ja Ja, ich guck das gerade so hinterher Hey, Suschi Welcome and vote Hello, Suschi How are you? Nice to meet you Sushi is our maskotchin Our maskotchin Our evergreen visitor So Jetzt muss ich aber wacker wieder ins Cockpit Ich starte gerade die Triebwerke Okay Okay, super Das ist ja nicht, oder? Nee, mit Sicherheit nicht Das ist halt immer noch komplett realistisch, aber Ich meine, das war ein bisschen aufgeräumter alles Ja Ja Ja, wie weit es wirklich denn kommt mit Äh, ich meine, normalerweise ist die Checklist ja noch viel länger Ja Zu dem, was du am Simulator machst Also mit deinem Walkaround, wo du von außen auch guckst und so, das startet man sich halt mit Da ist ein Echo Da ist ein Echo Okay Okay Das erklärt, warum viele Leute vielleicht weggehen Warum, warum, warum Hat jemand von euch keinen Kopfhörer auf, sondern Lautsprecher an? Nee Das ist das Mikrofon sozusagen, den Lautsprecher mit wiedergibt Nee, bei mir nicht Bei mir eigentlich auch nicht Ich habe auch alle Streams, ähm, lautlos gestellt Ich habe auch Was ist es denn für ein Echo? Musst du auf Englisch nicht fragen Oh Ne, oh Also ich dachte, du hättest das gehört quasi Nee, Sushi kann nur Englisch Ich höre das Echo nicht What kind of Echo is it? Ich habe keine Ahnung, wie man das aus Englisch sagt Das klang, klang machbar Ja Besser hätte ich es nicht sagen können Ich habe ihn gerade leider nicht Da Warte mal Ähm, der ist beim Concorde Ja, der ist bei mir mit drin Könnt ihr mal schauen, was er schreibt Ich schaue auch mal Ah, jetzt bin ich auch bei dir Mach 1.6 In every voice or Ich kann mich einmal kurz mute Dann könnt ihr mal schauen, ob es besser ist Also ich kann nicht einmal schreiben So, ich will mute myself now And maybe you can write if it's better So Okay Is the Only two guys Is the Echo away or is it still there? Ja, away or ja, it's still here Okay, we don't talk anymore That's a problem Let's wait a second No when you speak, but Not when you speak, but when Ren speaks Hattest du nicht gerade irgendwas mit zwei Mikrofonen? Ähm, na von einer Webcam wahrscheinlich Aber eigentlich dachte ich hätte das ausgescheinert Ich mute mich mal Ja, ich bin jetzt wieder da Ich glaube wir vermuten, dass es an Renter-Set liegt Der hätte doch gerade irgendwas mit zwei Mikrofonen Oha, mach 1.7 Oh, ich muss meine Afterburner ausschalten Okay, ich sage jetzt nochmal was Und dann wird es zwei Echo geben Es sind die zwei am TS-Discord, die ein Echo haben Wir sind eigentlich zu dritt im Discord Ich sage nur so wenig, I'm not talking too much Ich habe meinen, also ich habe meinen Stream stumm, ja Hörnchen sagt immer noch Hörnchen bei allen oder nur bei einem? Renter-Satz spricht Echo, 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 Echo Immer noch, bei Concord ist keins Okay, also bei mir ist keins Ja, ich höre aber auch hier im Discord nichts davon Das könnte natürlich an dir liegen Wenn wir sprechen und dann bei dir irgendwo auf irgendein Ausnahmegerät kommen Ja, ich habe aber alles stumm Also bei mir im Zimmer war ich ja nichts Ja, ich auch Aber ich könnte mal, ich mache mir mal ein Spiel vielleicht leiser Keine Ahnung, ob das halt da mit irgendwas Weil ich habe jetzt ein Triebwerk an Und seitdem haben die, glaube ich, geschrieben, dass es nicht so ist Keine Ahnung Vielleicht war das schon die ganze Zeit Ja Ist das Echo schon die ganze Zeit, Hörnchen? Okay, das ist ein guter Arsch Okay, das ist ein guter Arsch Wir versuchen es herauszufinden, Sushi. Ja, das ist ganz lustig. Ich hatte meinen FMC schon davor eingeschritten, bevor ich nochmal da mit dem Tank das alles gemacht hatte. Ich habe meine Speeds jetzt den größten Teil verändert und meinen Trim ist auch noch oben gegangen. Schön gedacht. Ja, das ist ein blöder Fehler. So, here we go. Do, 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 do. Taxi. Spoiler Abend. Wenn ich kein Echo, warte mal, wenn ich kein Echo habe, dann muss es an mir liegen. Ja, habe ich auch schon. Dann muss es an mir liegen. Ähm, vielleicht kann Sushi mal zu mir in den Kanal kommen und gucken, ob er dann andersrum Echo hört. Kann das vielleicht sein, dass ich euch zu laut habe, vielleicht? Ja, vielleicht. Und dass das Mikrofon das mit aufnimmt. Ich meine, ich habe ein Kopfhörer-Mikrofon, eigentlich dürfte das ja nicht sein. Warte mal, ich... Na gut, aber wenn ich euch stumm mache, nutzt das ja auch nicht hier. Ich kann euch höchstens... Sushi, äh, can you try to open a new chat to my stream? Uh, I have the same audio. Maybe, uh, it's the same problem. Or, I don't have echo. Ähm, sag, äh, ähm... Sag mal was, Rantus hat, bitte. Hm, eins, zwei, drei, hallo, hallo, hallo. Ja, aber da geht er eigentlich nicht. Was schießt mal denn? Oh. Oh, ich muss mal eben kurz hier... After trim... Du willst nicht nachzuladen. After trim switch to normal. Ja, jetzt müsste ich eigentlich ein bisschen was... Da muss ich ein bisschen was nach vorne pumpen, das ist zu viel hier. Okay. Ich bin soweit bereit für'n Take-off. Jo, ich bin schon bei dir und gucke zu. Hast du grad den wunderschönen Taxi-Well gesehen? Ja. Welcome Waffelpuffel bei mir. Du guckst jetzt wahrscheinlich, ob ich auch Echo habe. Jetzt, jetzt, jetzt ist es besser, Hörnchen, immer noch? Oder ist es jetzt wieder schlechter geworden? Nein. Ich fass die Lending-Leist vergessen. Nee, es ist auch nicht besser, sagt er. Nee. Ja, ich bin grad, sobald ich hier mit meinem Trim-Gedöns fertig bin, gucke ich mir das nochmal eben an. So, jetzt startest du, soweit ich gesehen. Ja, und der sagt irgendwas, dass mit meiner Take-off-Config nicht ganz richtig ist, aber... Was mir bleibt, trotzdem noch geht. Aber ich mache keine Fehler. Das lustige Blinken da hinten. Ja. 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 Ah ja. Das hast du auch grad... Das siehst du gleich. Dass ich nochmal kurz gelandet bin zwischen euch. Ähm. Das ist... Bumm. Excellent. Excellent Landing. 35 FPM, ja. Damit könnte ich auch leben. Aber es hat witzigerweise Concordix auch gemacht vorhin. Was denn? Ja. Beim Stab hast du nochmal kurz... Bist du nochmal kurz gelandet? Ich? Gerade? Äh, wieso? Vorhin beim Abheben hat, äh, der eine schmucke Landerate angezeigt. Och. Dann wertet der den Flug wieder nicht. Das ist nervig sowas. Ähm. Hörnchen, ist es jetzt besser? Äh. Ich sag mal was. Hallo. Eins, zwei, drei. Kann man sehen was da... No echo hier. Bei mir gibt's kein Echo. Hm. Ja, dann muss es tatsächlich an mir liegen. Oh, was ist denn hier los? Was? Meine... Mein Notebook geht gerade an. Vollkommen ohne Aufforderung. Und mein Autopilot ist ausgegangen. Lol. Und ich... Mein Bildschirm dafür ist aus. Der verantwortliche ist ja geil. Was? Wahrscheinlich bin ich einmal ins Steuerhorn gekommen. Ach, das hattest du schonmal, ja. Aber mit ausgeschaltetem Bildschirm macht das keinen Spaß. Äh. Hallo, falscher Bildschirm. Ähm. Ist es jetzt besser? Hörnchen? Ich will sie nicht abstürzen. Also wenn es an mir liegt, dann müssen wir gerade ganz schön... Ja, ne. Ich seh das. Weil wenn ihr spricht, geht bei mir... Ähm. Sag mal schnell. Das grüne... Der Mikrofon... Richtig. Genau. Ich gucke gerade nur irgendwo. Hattest du nicht mal irgendeine App-Lösung dir mal gebaut damals für diese Flugshow? Damit das, was ich sage, damit reinkommt? Mh. Ne, 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 ne. Dein Flight Director ging auch aus. Ey, hallo, was ist denn hier los? Sag mal eben, irgendwo muss ich doch... Irgendwo konnte ich das doch einstellen, diese Mikrofon-Empfindlichkeit. Von Hand einstellen, wo ging das? Äh, rechte Maustaste auf Lautsprecher, Aufnahmegeräte. Dann auf Eigenschaften. Warte mal eben. Da drin kannst du den Pegel reichen. Ne, nicht den Pegel. Das... Die Empfindlichkeit, also die Ansprech-Empfindlichkeit von meinem Mikro. Du meinst, äh, bei Push... Achso, statt Push-to-Talk. Genau. Äh, die Empfindlichkeit, das war, äh, bei Audio, also Eigenschaften Audio im Discord. Da gab's einen Regler, wo es auch automatisch steht und das kannst du umswitchen. Richtig, aber jetzt kann ich, wenn ich den umswitche, kann ich da nichts mehr einstellen. Wenn ich das sage, leuchtet bei dir aber nicht das Speaking-Ding von Discord, also hat's damit nichts zu tun. Der Speaking Ring, meine ich, vom Streaming-Kanal. Nein, meiner leuchtet ja auch nur bei mir. Ne, so muss es ja auch sein. Ja, guck jetzt mal, weil gerade habe ich auf Push-to-Talk stehen. Ja, du, ähm... Du, ähm... Wir halten uns unter Druck, ja. Ja, ja. Automatische Verstärkung, Hintergrundgeräusche unterdrücken. Äh... Schaue ich mal bei euch wieder den Streams vorbei. Jetzt habe ich wieder Zeit. Es ist immer so stressig, alles vorzubereiten. Alles andere ist noch nicht mehr schlimm. Ja. Aber jetzt haben wir ja ein paar Stunden Zeit. Oder ich. It's okay, it's okay, Sushi. It's perfect. Ähm... Ihr seid einfach auch in dem Unicom-Kanal drin, oder? Ja, genau. Nee, am... Hätte er einfach geschrieben. Nee, nee, Hörnchen. Am OBS liegt's nicht. Es liegt wirklich an dem... Ich bin in den Einstellungen im Moment am Wurschteln am... Am Discord. Ich finde nur die Einstellungen nicht, wo ich die Mikrofon-Empfindlichkeit von Hand heruntersetzen kann. Ah, Moment mal. Ah, nee, nee, das ist eigentlich egal. Da jetzt... Ah, jetzt... Ja, das stimmt. Rantacet, sprech doch mal bitte... Sprech doch mal bitte durchgehend einfach mal irgend so ein Blabla vor dich hin. Okay. Ich versuche hier gerade rauszufinden, warum es bei mir so arschdunkel ist. Ich überlege auch, ob ich seine Zeit einfach mal verstelle. Aber andererseits ist es blöd, weil dann die MCU wahrscheinlich wieder verrückt spielt. Keine Ahnung. Und herzlich willkommen, Aragonex. So. Welcome on board. Kann man mich jetzt noch gut verstehen, ja, ne? Ja. Also von unserer Seite her. Ich höre allerdings den Stream nicht mit. Okay. Ähm, Hörnchen, ist es jetzt besser? Jetzt müsste einer von euch nochmal was sagen. Mhm. Eins, zwei, drei. Vier, fünf, sechs. Oh, ich hätte gleich Gegenverkehr. Den Wip-Eye. Welcher Höhe ist denn der? Der ist bei... Ja, der ist ein bisschen über mir. Aber wenn ich meinen T-Cars anmache, müsste ich ihn jetzt sehen. Ich verzweifle hier gerade. Er sagt, es ist immer noch nicht besser. Ich habe jetzt an dem Rechner drei Streams auf. Die beiden und... Ja, ich habe auch alle drei. Er glaubt nicht, dass es Discord ist. Nee. Nee, glaub ich auch nicht. Ja, aber der... Aber jetzt mal OBS nimmt nichts anderes auf als mein Mikrofon. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite mein Desktop-Audio. Also warum sollte da dann Echo entstehen? Was ist denn, wenn du in... Wenn du dein Mikrofon kurz mutest? Äh... Im OBS mit diesem Mute-Knopf? Ähm... Musst du nur ankündigen und dann... Rede ich einfach nur mal was. Guck mal. Ja, ich kann nur mal was. Ja, dann... Pass auf. Dann redet jetzt mal was und ich mute genau... Okay. Wie geht es dir so? Okay. Gut, danke. Mir geht es gut. Gesehen? Es war nicht gestellt. Es war jetzt weg. Okay. Also hängt das irgendwie mit deinem... OBS zusammen. Mhm. Ach so. Stimmt. Hm. Mist. Ähm... Was hast denn du da bei dem Zahnrädchen für ein Audio-Gerät drin? Wirklich nur Mikrofon, ja? Äh... Ne, das... Ne, ne, das... Ähm... Moment mal eben. Ja, das ist... Ne, ne, das ist schon das Mikrofon in meinem Headset. Das kann natürlich sein... Ja, dann vielleicht weiß ich was passiert. Dann ist das Mikrofon im... Im OBS wahrscheinlich so empfindlich eingestellt. Und nehmt da eure... Sprache mit auf. Vielleicht. Also liegt's nicht am Discord, weil ich könnte mir jetzt mal mein Mikrofon im Discord muten. Und das Problem müsste jetzt eigentlich immer noch sein. Mach's an und dreh's runter. Der Wind schiebt gerade mit 78 Knoten an. Ja, das hatte ich auch. Aber auf meiner Höhe sind's nur noch 4 Knoten. Wie hoch fliegst du? 3... 3... 3... 3... 5... Ah. Leitlevel 3.5. Ich werd auf 37.000 gehen. Mhm. Fliegst du auch über... Oder bist du auch über Balma, Lebor, KTN, Tan, Pusto geflogen? Äh... Ne, weil ich ja... Parallel von denen vielleicht. Ich hatte doch am Anfang diesen Steuerfehler. Ah ja, stimmt. Sagt die nur mal an. Kober, Balma, Tok, Kak, Keda, Lebor, KTN, Firas, Tan, Modig, Raplu, Pusto, Silbo und so weiter. Naja, also die Phasen gleich. Tan, KTN, Pusto hab ich auch. Dann hab ich Silbo, Ilmap. Naja, ich glaub dann war's so ein bisschen unterschiedlich. Das Echo ist noch da, ne? Ich hab einen ganz komischen Anflug. Okay. Na gut, soweit bin ich noch nicht in meiner Planung. Ja. Ja. Ich wüsste, aber ich explain auch nicht, wie man die Zeit überhaupt vorstellen kann. Also, die... Ob man hier so ne Art Beschleunigungsmodus drin haben kann. Hm, hier geht es zwar im P3D, aber dann ist ein Tank alle bevor. Also der... Der Spritjob braucht, und so setzt sich dann irgendwie. Hallo Fumox, welcome on board. Ähm, sorry... Sorry for the echo, which you hear at the moment. We are working on the problem. Wenn man mit 50 Knoten schiebt, würde ich mir das überlegen. Ach so. Es ist eh auf Auto, was immer das bedeutet. Ach so, ja. Na dann. Machen wir mal auf Off jetzt einfach. Smoking machen wir jetzt mal an. Ach so rum. Ich dachte jetzt, die Leute dürfen jetzt bitte rauchen. Weil KLM dürfen sie das. Die Maschine heißt Goose, hab ich gesehen. Also ganz... Die hab ich schon in echt gesehen auch. Wow. Cool. Jetzt werd ich müde. Mist. Aber schlafen... Ah, schläft dein Kind. Es schläft, ja ja. Es ist echt nicht wieder gekommen. So. Okay. Trimmung hab ich jetzt. Kann ich mich wieder um dieses komische Discord-Problem hier kümmern. Äh... Das ist... Ja, das wird am OBS liegen. Aber wie krieg ich das jetzt weg? Ich bin nicht gespannt. Das ist vielleicht mein nächstes Wegpunkt. Und dann müsst ihr ja eigentlich deine Kurve einleiten. Und einfach... Öffnen. Schwellen. Ja. Ähm... Könnte mir jetzt eben einer kurz den Gefallen tun und in den Stream gehen und gucken, ob man mich in meinem Stream hört. Ja. Machst du das schnell, oder? Ich mach das. Okay. Na, dann erzähl mal was. So. Ich erzähle jetzt was. Und da ist jetzt natürlich eine Zeitlatenz von irgendwie 10 Sekunden drin oder so. Das macht's jetzt nicht wirklich einfacher. So. Genau. Ja, du bist zu hören. Okay. Hörst du dich als Echo auch? Ich hör mich nicht als Echo. Das ist gut. Okay. Ich hoffe, es bleibt jetzt so. Das ist gut. Time to say goodbye, Echo. Naja, wenn ich jetzt hier... Jetzt mach ich das, was die Piloten im Real Life auch machen. Wenn sie warten da auf ihren Top-of-Z-Cent. Die spielen eine Runde Clash Royale. Nein. Das ist so schlecht. So. Aber um die Uhrzeit von dir ist sowieso eigentlich immer eine. Oh. 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 Sprit hab ich noch. Das ist schön. Tank 5A und Tank 7A sind... Tank 5A und Tank 7A sind... Oh ja. Ich hab gleich meinen Top-of-Climb erreicht. Nicht schlecht. Die steigt schnell. Hörnchen, also zur Problemlösung mit dem Echo. Ich hab jetzt einfach einen Schwellenwert im OBS eingerichtet. Das heißt, im OBS spricht mein Mikrofon jetzt erst ab einem gewissen Schwellenwert an. Was habt ihr denn alle so viel Wind? Und ich hab hier... Ich hab hier in meiner ähm lächerlichen Flughöhe von 52.000 Fuß schlappe 12 Knoten. 6 Knoten. Momentan nur noch. Ich glaub ich mach mal kurz das WebEye an da. So. Schau mal wo wir sind. 5A ist aus. Das müsst ihr uns ja sehen, ne? After trim... Switch to after... Und back to normal. Saudi Arabia. Ah. Ich hab ein Headset-Mikro. Ja, das wird wahrscheinlich auch das Problem sein. Ich hab leider... Ich hab auch ein Stand-Mikro, aber das ist nicht so gut, glaub ich. Ich... Ich... ich seh dich grad gar nicht, Renterset. Wie? Auf dem WebEye. In dem WebEye. Achso. Ich finde mich... Vorhin war ich eigentlich noch da. Ich hab vorhin irgendwann mal bei dir, Renterset, ein... Ähm... Von... Ähm... Ivaun... Shut... Down Sound gehört. Ach Quatsch, echt? Ja, ich... Ich... Ich wollt's dir noch gesagt haben, aber irgendwas war da. Ich zeig mal online an. Ach ne, dann kann's ja nicht sein. Man weiß es nie. Ja. Also ich bin bei... Wo bist du gerade ungefähr? Äh... Concord? Na, warte, ich geb dir mal den Link zu meinem... Ah ja, das wär super. Kannst einfach in deinen, äh... Chat posten. Ja, ja, genau. Dann siehst du das. Oh, ich bin links... Äh... Also rechts unter Sri Lanka. Weit unter Sri Lanka. So gegenüber von... Singapur eigentlich gerade so. Ähm, warte, ich... Ich... Ähm... Here you are... Ah... Ah, du hast... Der Renterset hat auch nur mich als Zuschauer gerade. Ah, danke. Jetzt nimmst du's alle Viewer weg. Der, ich? Sorry. Ich kenn ja nichts dafür, dass ich so ein geiles Flugzeug flieg. Hallo. Wir fliegen auch alle drei unterschiedliche Flugzeugtypen. Ich find das gut. Das stimmt, ja. Und, äh, wirklich verschiedene Hersteller auch eigentlich. Ja. Wenn man jetzt die Concorde nicht so als... Eigentlich... Airbus. Ich wollt grad sagen, eigentlich ist es ja Airbus. Aber ich find Aerospital besser. Ja, Aerospital. Aerospital. Halt sich an wie so ein Getränk. Ey, das... das coole ist ja, dass die Concorde ja eigentlich parallel... Also die haben ja in England Teile gebaut und in Frankreich Teile gebaut. Die... Ich zieh mich noch. Die Engländer... Die Engländer haben in Inch gebaut und die Franzosen in Zentimeter. Das kann... Das kann zu Problemen führen. Ich sag nur A380 und Kabel, ne? A380... Da war... da war sowas, ne? Das war ganz lustig, als ich damals da die Führung in Hamburg gemacht hatte. Hörnchen, du hast schon recht. Concorde ist nicht Airbus. Concorde ist Aerospital. Aber aus Aerospital ist dann Airbus geworden. Das meinten die Jungs gerade hier. So, jetzt. Ja? Airbus. Als ich damals diese Airbus-Führung in Hamburg hatte, da hatte jemand die Leute da gefragt, was die denn... was es da mit dem Airbus so war, ne? Da hat die ja auch Ausreden gesucht, warum es quasi gescheitert ist so ein bisschen und dass die da für Probleme hatten, unter anderem dann mit diesen Kabeln. Ja, das passiert halt, ne? Das waren unterschiedliche Versionen der CAT-Programmer, soweit ich weiß. Ja. Ah, okay. Bist du grad... Achso. Bist du grad... wo bist denn du? A-L-C-L-K-C-E-F-G-9-T... Ich bin kurz vor dem Persischen Golf. Oh, ja. Alter, ich bin... Das ist der Mist da gerade. Ja. Ich komm gleich wieder an Land. Achso, das find ich echt lustig. Alle fliegen dann nach Dubai. Pass auf, kurz bevor wir in Dubai ankommen, ist da alles besetzt. Alles mit Air Traffic Control. Das sieht sich nämlich richtig alt aus. Ne, das... ich auch. Ähm. Sagen wir mal... Wie lange fliegt ihr denn noch, ihr zwei? Oh Gott. Ich kann grad nicht, ich flieg grad gleich schon. Warte mal. Kann man irgendwo sehen, ne? Jaja. Das luse ich gerade hier ab. Weiß ich nicht. Ja genau, der A-380-Fehler. Genau das. So. Ich kann's dir... Ganz ehrlich nicht sagen, wie lange ich noch... Warte mal. 3 Stunden 14... 43... 45 Minuten hab ich weg. Ähm. Bei der PMDG hätt ich's dir sagen können, aber ich weiß nicht... Also ich flieg noch zweieinhalb Stunden. Also ich hab noch zweieinhalb Stunden. Ah ja. Ey, das könnte ungefähr hinkommen mit mir, glaub ich. Warte mal, jetzt schau ich nochmal... Du musst mal genau schauen, wo du bist. Ah, du bist da über Meer, ne? Unter Sri Lanka. Ah. Da bist du. Y... Y... Pcc. E... 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 O, dann hab ich das Callstein nicht geändert. Ja, das kann sein, ja. Das ist eigentlich ein Callstein für so'n, für so'n, für'n kleines, einmotoriges Propeller Flugzeug. Geil, ey, der donnert mit Mach 2 an Sri Lanka vorbei mit so einer Einmotoring-Propeller-Maschine auf 52.500 Fuß. Ich hoffe, du hast eine Sauerstoff-Maschine. Ja, ja, klar, läuft. Warum brauche ich nicht? Bei der Legacy brauchst du da einfach nur auf Oxid zu bringen. Jetzt, wenn wir Zeit haben, willst du mir vielleicht mal deinen Steam-Namen geben? Oder wollt ihr mir mal euren Steam-Namen geben? Ja, bei mir ist er unverändert rentersatt. Rentersatt, das könnte ich hinbekommen. Steam-Name? Steam hat er gar nicht. Der hat die ganze Standard-FSX-Variante. Wer ich? Ich hab Steam. Ich hab Steam. Aber ich weiß meinen Steam-Namen gar nicht auswendig. Ich benutze das nie. Ich hab das einmal... Du bist doch in Steam drin, ne, wenn du fliegst. Hä? Ne, ja, wie? Ja, das läuft irgendwie im Hintergrund. Eins von den 1500 Programmen, die ich hier offen habe. Hörnchen, magst du auch noch in den Discord kommen? Dann brauchst du nicht immer schreiben. Ach, dann brauche ich einen Link, ne? Den kann ich liefern. Dann liefer den mal. Kopieren. Einfügen. Und wer sonst noch will, kann ja auch noch reinkommen. Genau. Sim Flight Manager. Ja, warte mal, da wollte ich jetzt mal gucken, ob der wirklich... Hab ich da echt nochmal aufgesetzt? Beim... Lieg im Bett und Schaum... Schaum am iPad. Schaum am iPad ist ganz schlecht. Das bedeutet, dass es irgendwie in die Badewanne gefallen ist. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich verbrenne dir jetzt die Zunge, wenn ich sage, was ich gedacht habe. Das ist ja ekelhaft. Ich werde als Bestes ankommen. Wenn du damit mach, äh, zwei ankommst. Und ich hab... Schau mir das gerade so auf der Karte an. Ja, ich bin recht. Dann wirst du vor mir ankommen. Ich bin recht flott, ja. Ja, das ist das Blöde an diesem Sim Flight Manager, ne? Wenn du echt nochmal aufsetzt, dann hast du eine Flugroute... Null nautische Meilen, 22... Das ist doof. Dann... Kannst du den Flugroute nochmal neu reinladen einfach? Ne, das geht nicht, glaube ich. Also ich hab das schon gemacht, glaube ich. Achso, dann steht halt nicht die ganze Route drin. Ja, ja, genau. Das ist ein bisschen... Das ist so ein bisschen buggy, weil er dürfte einfach nicht den... den Abflugflughafen dann einfach als Zielflughafen annehmen. Ähm... Konkord, hast du gerade... Bitte? ...deinen Groundspeed parat? In Knoten am besten. Äh... Ja, 400... Nee, Moment. In Meilen. Oder, ja... Oh Gott, jetzt muss ich das umrechnen, weil ich glaube, ich hab... Ich hab 867 Grammar, hab ich jetzt. Also, in Meilen hab ich 1272? Ja, höll ich mir. Ich hab das schon richtig gestern. Was hattest du gesagt jetzt? Ne, ne, passt schon. Ich glaube, ich hab... Ich hab 520 gerade. Ich hab nur noch 56 Minuten Remaining-Time. Dann bist du definitiv Erster. Mit Abstand. Ah, du hast ein Groundspeed von 469 gerade, Rendersatt. Okay. Das hab ich als... Äh, das seh ich bei dir. 470. Das hab ich als Airspeed... Das hab ich als Airspeed... In 52.000 Fuß. Oh, das ist sehr geil. Warte mal, warte mal. Ich guck gerade hier. Ich bin jetzt bei 520. Ich hol auf. Ja, ich sag ja, die Boeing ist schneller. TAS... Könnte... Ist das TAS Groundspeed? Ist das richtig? TAS? True Airspeed. True Airspeed. Dann ist das auch nicht Groundspeed, ne? Ne. Ne, ja, die... Der Unterschied sind bei mir 2 kmh. Also ich hab... Groundspeed hab ich 2047 kmh. Das ist grad... Was? Nochmal, bitte. Groundspeed hab ich 2047 kmh. Ja, lass mal kurz schauen. Jetzt muss ich mal umrechnen. Rechne mal. Also so. Kmh in Knoten. Ah ja. Kilometer pro Stunde. 2200, oder? 47. Nein, nein. 2047. Nichts zu 200. Ah, ich dachte... Jetzt. 2105 kmh. Als du fliegst. Etwas... Etwas mehr als doppelt... Ja, etwas mehr als doppelt so schnell. Das passt, ne? Was hast... Was hab ich? Groundspeed? 1105? Ja. Ja, 1105 kmh. Ah ja, das zeigt der mir hier sogar an. Im FS-Tracker. Und Groundspeed... Ach, guck mal hier auf der Seite. Oh Mann, sind wir blöd. Auf der Seite. Auf meiner... auf meiner, ähm... Dingsbums-Seite hier. FS-Tracker. Im FS-Tracker steht's. Ich muss mal schauen, ob es sowas wie den X-Plane-Tracker gibt, das wir jetzt wissen. Gibt's bestimmt. Ich brauch das auch. Hallo, Lemtricks, willkommen zurück. Ah, Lemtricks, hi! Schön, dass du wieder da bist. Nee. Das ist nur Tracker-A, wenn man das eingibt. So, jetzt hol ich mal, was du mir alles in die Dropbox geschmissen hast. Mal sehen, ob das alles schon da ist. Ah ja. Das kann ich mir von da wegschieben, dann wird die Dropbox wieder frei. Genau. Glaub ich. Ja. Nur, falls du es bei dir da hingeschoben hast, wär's danach weg. Ja. Oder hin, sei es dann nicht. Nee, ich hab's... ...kopiert, mein ich. Gut. Sonst hol ich's mir wieder. Nee, ist alles nicht so schlimm. Das kannst du auch downloaden. Alles kostenlos. So. Ach nee, warte mal. Ich könnte 59, dann könnte ich versuchen... ...dann könnte ich versuchen, den Tank da endlich leer zu kriegen hier. Ich hab dir gleich, ähm, genau. Äh, ich hab mal nach Halle-Leipzig-Halle geschaut, das heißt der Flughafen, ne? Mhm. Ach, cool. Ähm, hab ich dir auch gleich ein Add-on rein, ist aber nicht so wirklich schön, muss man einfach mal sagen, ist es nicht wirklich schön. Aber ist besser als nicht. Hattest du nicht einen Leipziger Flughafen, Matthias? Ja, für P3D, den guten Digital River. Ah. Ja, also da komm ich's gar nicht dran, äh, drin. Naja, das ist, der ist ungeschlagen. Das steht außer Frage. Ich sag dir, aber ich könnte dir kostenlos hier diesen, ähm, kann ich dir San Francisco kosten mhm, und was hab ich heute noch runtergeladen? Ähm, KLAX, also, ähm, hier. Solange meine Dropbox mitspielt, kannst du mir gerne jede Zeit draufschrappeln. Aber nicht während des Streams, dann... Ja, das ist auch super, alles vom gleichen Typen, und das ist wirklich, wie PayWare ist wirklich. Cool. Sehr, sehr gute PayWare. Muss man halt in Amerika fliegen, ne? Aber ist auch kein Problem. Ne. Ich weiß nicht, aber schau ich mal kurz rein, was ich dir alles reingetan hab. Scheiße, schon gar nicht. Dürfte schon alles weg sein, du hättest mir eine X-Kamera, R-A-A-S. Ah, ja, das ist dieses... Äh, genau, das sind... Boeing und Airport Environment. Ah, genau. Das Airport Environment, das, ähm, äh, ersetzt die Texturen von den normalen Runways. Das sieht richtig, richtig gut aus. Dann hab ich dir 737 irgendwas gegeben, ne? Mhm. Das ist das Add-on quasi für die 737, was ich hier immer fliege. Also diese modifizierte Variante von der 737. Ja. Das muss ich dann nochmal erklären, wenn du das installieren willst, oder du schaust es einfach nach. Und Engine, das sind die passenden Soundpacks dazu. Das ist wirklich super Sound. Cool. Was realistisch ist. Dieses XR-A-S. Sie als Versagen im Cockpit, ne? Ja. Das kennt man, ne? Das ja bei Aerosoft auch. Ja. Das bekommt man auch einfach so dazu. Dann X-Kamera, das ist dieses, dass ich hier diese Kamera-Sicht durchhalten kann. Sehr gut. Ich muss schon mal so eine Auswahl. Was ich empfehlen kann. Hallo an die B, willkommen an Borns. Ansonsten einfach auf xplane.org gehen, dann... Da ist so viel kostenloser Schmarrn dabei. Ich werde morgen scheiße aussehen auf den Fotos, total schlafen wahrscheinlich. Oh, das gibt Ärger. Kannst du es auf Elisa schieben vielleicht. Ich kann es versuchen. Kalt duschen. Ich bin ja froh, dass Ariane noch nicht so gerissen ist und sich twitch. Auf Handy installieren, wenn man immer wirklich für die Stimme... Wer weiß, wer weiß. Mein hat mich letztens mal irgendwie gefragt, weil ich hier die ganzen Videos bei YouTube hochlade und ich irgendwann mal dummerweise mich selber abonniert habe. Und dann kriegst du ja, wenn du dich abonnierst bei YouTube, kriegst du ja immer eine Nachricht. Und sie kriegt die Nachricht dann immer aufs Handy und meinte dann so irgendwann so, sag mal, morgens um drei Uhr? Und ich dann immer so, ja, ja, ich komme... Das ist schon viel eher, nur das dauert immer so lange, bis das bei YouTube hochgeladen ist. Lügen haben kurze Beine. Ja, das... Die weiß das schon. Also es ist ja ein bisschen... Ich sag immer, das sind weiße Lügen. Die weiß das schon, die weiß das schon. Aber dir wird gerade das Meer angezeigt, oder? Ja. Ja, ja, das ist das Meer, genau. Ich hatte vorhin immer überlegt, was ist denn das Loch? Aber es ist vielleicht das Meer. Du hast halt extremen Seitenwind gerade und ich habe halt... Rückenwind. Ja. Das ist auch ein Unterschied. Ich glaube, ich bin eigentlich nicht viel schneller als du. Das ist nur der Wind gerade. Ich gehe nochmal rein ins Cockpit. Ich hoffe, mein Sprit reicht. Ich bin eigentlich, ich müsste reichen. Ja, ich bin jetzt gerade noch über 500 Ground Speed, aber... Du bist ja auch nur ein bisschen drunter und du hast... ...kompletten Seitenwind und nicht Rückenwind, wie ich. Na, vorhin hatte ich Rückenwind die ganze Zeit. Insofern, du wirst den Seitenwind nachher auch haben. Ja. Ich weiß. Wenn es ungefähr gleich ist, ist es zweifel ich ja. Ich habe es auf jeden Fall schön kalt draußen. Gut fürs Fliegen. Ich habe es auch minus 27 Grad. Och, nur? Minus 68 habe ich. Ah. Wie hast du? Weißt du? Bei mir sind es... ist... Ich gucke in meinem AS-16 am besten. Auf der Mittelkonsole, das ist das bei den Engines, glaube ich, anzeigen. Also das ist bei Boeing so. Das heißt, bei deinem Sprit, ne, wie viel? Fuel habe ich noch 40 Tonnen, glaube ich. Ich habe 48 noch. Ich habe aber auch viel mitgenommen. Minus 7 Grad sind es draußen. Ah, da kann man ja rausgehen bei dir. Ne, minus 38 Grad und plus 16 zeigt er an. Es gibt TAT, SAT und ISA, weil ich damit nichts anfangen kann. Hattest du das Bild gesehen, was ich dir geschickt habe, äh, äh, Matthias? Handy? Ja. Ja, fand ich sehr witzig mit dem Piloten. Das ist cool. Das war cool, ja. Also, ISA... Ne, das SAT ist wahrscheinlich Außentemperatur, ne? Was? Was nochmal? Statik. Stat. Das ist die originale Außentemperatur. ISA ist eigentlich eine... Ähm, das Flugzeug geht ja von einer gewissen Temperatur aus, die du... Bei der es ideal fliegt. Und ISA ist dann die... Die errechnete Plus- oder Minus-Zahl von der idealen Temperatur abweichend also. Und dann hast du irgendwas mit Total vielleicht eventuell noch? Ja, TAT. Das ist genau... TAT oder T... Ja, T... OT oder TAT. Die müsste etwas höher sein als die Statik. Eigentlich. Höher? Also, meinst du... Ja, etwas mehr. Meiner oder... Ja, gut. Bei dir wahrscheinlich... Ähm... Bei mir weiß ich gar nicht, wie man das alles anschaut. Ja, also, Statik ist auf jeden Fall... Da müsstest du irgendwas mit Minus... Keine Ahnung. Schieß mich tot was haben. Und Total müsste dann etwas mehr zu Null Grad hin sein. Minus 7 sind es bei mir. Bei Total. TAT heißt es so. Okay. Also, Minus 38 hält es bei dir in der Kabine drin. Na, was? Habt ihr ja echt? Nein. Was für ein Spaß. Das ist... Keine Ahnung. Ich kann das tatsächlich regulieren. Ich kann das bei mir auch. In Teil auch zum Negativen. Ich hab... Ähm... Warte mal, was hab ich denn in den Kabinen? Und... 21 Grad. 23 Grad. 21,2... Oh, 24 Grad hinten. Das ist ein bisschen viel vielleicht. Meine 37... Im Cargo-Bereich hab ich nur 15 Grad. Aber ich mein, die... Tiere im Kofferraum sollten das überleben. Ja, ja. Boah. Aber ich seh mal, wie man das bei einer 737 nachschaut. Da bin ich absolut überfragt dann. Ich hab, glaub ich, auch keinen im Chat, der irgendwie da ist. Wenn ich das fragen könnte. Außer dich, zweimal Retter-Sat. Mhm. Schaut's zweimal an. Retter-Sat 2 und Retter-Sat 1, oder wie? Ja. Das eine ist noch ne Zuschauer-Leiche. Oh. Glaublich. Aber die 737 ist älter als die A320 kann das... Nee, ist er auch nicht. Ah, Lemtricks. Ja, klar. Ich kann auch gerne mal tagsüber fliegen. Das hängt immer... Ich flieg immer das. Also normalerweise flieg ich immer so, wie es... An dem aktuellen Punkt... Der Welt ist... Wie es ist. Ja, das ist jetzt irgendwie völlig bescheuert, oder? Also ich flieg eigentlich immer mit der aktuellen Uhrzeit. So. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Amerika fliegen würde, würde ich jetzt in der Abenddämmerung fliegen. Aber ich kann auch gerne mal... Also ich flieg auch oft am Tag, aber ich glaub, dann hast du einfach immer Pech gehabt. Bis jetzt. Ich glaub, das wär bei der Boeing irgendwo im... Overhead drin. Mhm. Aber ich glaub, das... Weiß ich nicht. Ich bin mir sicher, dass es bei der PMDG gehen würde. Mhm. Aber hier nicht. Das ist die dunklen Tage erwischt. Naja. Ich glaub, ich hab hier Cont Cabin auf Auto einfach... 234 nautische Meilen bis zum Top of Descent. Also bei der, äh, Lemtrix, bei der Around the World Tour, die ich jetzt mache demnächst, glaub ich jetzt noch zwei Flüge. Also der plus noch ein Flug vorher. Und wenn ich mit der anfange, dann... Ähm, wenn ich auf der anderen Welthalbkugel bin, dann... Bin ich mit Sicherheit, ähm... Auch mal tagsüber unterwegs, genau. Dann wird's auf jeden Fall hell. Aber ich kann auch einfach meinen nächsten Flug morgen nicht übermorgen... Den kann ich dann gerne bei Tag machen. So. Oh Gott. Ich bin gerade bei Tannen. Und ich hab's ganz turbulent nicht. Lass die Leute sich mal anschneiden. Das ist sinnvoll. Oh Gott. Der zeigt nur fünf Knoten an. Naja. Ja gut, das ist ja Wind, ne? Turbulenzen sind ja jetzt nicht Knoten. Ja. Das stimmt. Müsstest du dir jetzt die Wetterkarte angucken? Du meinst im A16 unter Map? Hm, ja, zum Beispiel. Da gibt's doch diese Höhenwinddaten. So schrecklich weit ist es gar nicht mehr eigentlich. Das sagst du. Noch ein bisschen näher. Ich könnte es auch schnell jetzt... ... mir ein näheres Ziel suchen und eher landen. Aber dann klappt es wieder nicht, weil ich mich an der MCDU verprogrammiert habe. Oh ja. Aber das mache ich ja gar nicht, da noch rum zu programmieren. Da häufen sich bei mir die Streams, wo ich dann statt in Innsbruck dann doch in München lande und vorher irgendwelche lustigen Zickzack-Kreise fliege. Ja, die Around the World wollte ich eigentlich am 13. Juni schon anfangen. Irgendwie haben wir jetzt den 29. Ja, ja, das wird erst im Juli sein. Also warte mal, übermorgen fliege ich dann in vier Tagen. Ich könnte das Datum erändern. Dann passt das besser. Aber ich... Ja, das probiere ich jetzt mal aus. Ich weiß nicht, ob er die bei mir automatisch hat. Bei der PMDG war das so, wenn man das alles eingestellt hat, aber... 109,5 für die 12 rechts. 12 rechts, ich stand glaube ich bei der 30 links. Weil, das ist aber... Das ist aber schlecht windmäßig schlecht zumindest. Der Wind war vor... Müssen wir mal gucken, wie der Wind jetzt kommt. Ja, der wird sich ja nicht um 180 Grad gedreht haben. Ich meine, mir würde es passen, wenn er von der anderen Seite kommt, aber... Ich denke doch eher nicht. Ich glaube... Warte mal, ich guck mal. In Dubai kommt er jetzt aus 40... Aus 40 Grad kommt er jetzt. Hä? Ich bin bei 30 links, ja. Echt jetzt? Hm. Ähm... Destination Weather. So, da habe ich... Was ist denn das? 040? 4 Knoten? Genau. Das ist ja nichts mehr. Oder kannst du ja... Bei 4 Knoten ist es ja fast egal, von wo aus du reinfliegst. Aber tendenziell ist es dann eher die... Bei 40? Hm. Sollte ich trotzdem die 120 nehmen, oder? Äh... Ja, kannst du. Ja, habe ich jetzt, glaube ich, auch so im Flugplan. Ich bin das gerade echt lustig. Ich mache hier so einen Vorbeiflug. Wie schnell man einfach ist. Das bei der... Uh, das sieht cool aus. Und meiner Meinung nach hier... Die Chemtrails... Bisschen weiser sein müssen. Ja. Ja, immer diese Chemtrails, genau. Du musst vielleicht einfach nur den Schock wieder reindrücken. Hä? Noch nie einen alten VW-Polo gefahren. Nee. Da musste man zum Anmachen noch einen Schock ziehen. Ah, okay. Wollte ich mal beim Honda früher auch. Oder einer Simson. Hast du das auch noch? Naja, das kann ich dir gleich mal schön ein Explain zeigen. Was ich auch noch nicht erlebt. Wenn du bei mir kurz schaust, die Bugs hier noch. Wenn du in so bestimmten Winkeln hinschaust. Flimmer war das so, oder? Ja. Ist echt unschön. Oh, ist echt, äh, wie so ein alter Diesel-Truck. Ach, das hier. Oh, ja. In so bestimmten Winkeln, da sind die Wolken irgendwie. Da machen die, da produzieren die Fehler, leider. Die muss man eh ersetzen. Da muss man eh noch ein Programm vielleicht nochmal holen. Also, Wind, äh, aktuell 0705 Nutz. Das hat sich schon wieder geändert. Ja, ja. Echt? Mhm. Bei mir sind es immer noch 40 Knoten. Ich hab über AS16 gerade geguckt, das Aktuelle. Der geht auf 120 Knoten in der Vorherschau. Ja, siehste. Aber jetzt. Ah, warte mal, vielleicht deshalb. Weil, warte mal, was hat denn mein, was hat denn mein, mein, mein Flugprogramm hier berechnet? Ähm, Destination. Runway News, 30 left hab ich hier. Für mich. Hm. Also, zur Destination-Zeit. 30 left. Ich denke mal, das wird auf 30 links hinauslaufen, oder? Also, ich, die nehm die, ich nehm jetzt die 12 rechts. Also, wenn das bei 5 Knoten bleibt, aufgrund dessen, dass ich relativ wenig, genau, dann spare ich mir nämlich die Kurve. Hm? Dann fliege ich... Ja, mach das. Muss dann ja nicht sein. Mal sehen, das sagt meine Estimated Time noch. Die sagt noch 35 Minuten Flugzeit. Zeit. Haha. Ich hab noch... Ist ja ganz schön flott da. Ich glaub, ich hab noch 2, 3 Viertelstunden. 2, 3 Viertelstunden? Ah, ne, Entschuldigung, 2, 1 Viertel noch. Aber eigentlich 2, 2, eher 2. Wir dürften echt fast gleichzeitig ankommen, wittig. Fast, das guck ich mir dann morgen Nachmittag mal an. Dann in der Wiederholung. Ich geh dann auf jeden Fall ins Bett, wenn ich gelandet bin. Ja, das denk ich mir. Ja, dann trotzdem immer noch ein 2, glaube ich. Hm. 109,5, da steht's, sehr gut. Aber vielleicht werde ich demnächst auch mal wieder ein bisschen FSX fliegen. Auch mal hier die, da... Das Programm für IWAU installieren. Ja. So, krieg ich jetzt die restlichen 600 Kilo noch da raus, oder nicht? Ja, wahrscheinlich nicht. Ich könnte es aber drin lassen. Das sind 600, das sind 800. Habe ich ja fast meine 1000 Kilo für die Landung schon da vorne. Das ist gut. Dann machen wir jetzt die Pumpen aus und machen die Pumpen an. Und dann kann ich gleich wieder gucken, dass ich ausgeglichen bin, rechts und links. Hab bestimmt wieder... Bin bestimmt wieder de-balanced. So wie ich mein... Mein altes Mädchen hier kenne. So, wie bist du denn? Ich? Ich sitz auf meinem Stuhl im Keller. Du bist denn wirklich im Keller? Ja. Ich hab einen kleinen Kellerraum... ...mir fertig gemacht. Kürzlich. Du hast das Wochenende geschuftet. Das waren mehrere Wochenenden, oder? Ne, das war... Das war genau eine Woche. Exakt eine Woche. Von Schlitzzustimmen für Steckdosen bis hin zu... ...Wände komplett verputzen, weil es eigentlich nur Rohbauwände waren. Und Tapeten anbringen und Deckel spachteln und... ...Tapizieren... Alles selber gemacht. Ja, ja. Dass ich die auch nie könnte. Ach ja, und ne Tür hab ich noch, weil da war keine Tür drin. Die hab ich dann auch noch eingebaut. Man muss dazu sagen, glaube ich, es war so ein bisschen meine Idee. Ja, das stimmt. Bist du davor woanders geflogen, oder? Ja, das Problem war, ich war vorher immer im Schlafzimmer. Und wenn meine Frau dann geschlafen hat, dann konnte ich halt nicht mehr... ...sprechen lassen. Aber dann, genau. Dann hab ich immer geschrieben, das war ein sehr großes Problem. Aber wir haben's... Ich hab's gelöst. Bei dir kann man schon subscriben, oder? Bei mir kannst du subscriben, ja. Ich muss mich damit nur mal auseinandersetzen. Ich hab das noch nicht... Ich hab heute erst die E-Mail gekriegt, dass es geht. Bei mir. Ich hab ihm heute über meinen Arbeitsaccount... Also wir haben auf Arbeit Amazon Prime... ...da hab ich ihm heute meinen zweiten... ...sapp. Ah, cool. Gegeben. Da bekommst du quasi... Er sollte eigentlich dann jetzt... ...zwischen drei und fünf Euro kriegen, oder so. Okay. Ich hab auch, glaub ich... Na, warte mal, ich muss mal... Oder hatte ich... Ähm... Ja, ja, Amazon Prime. Schau. Mhm. Ich guck mal gerade, ich hab das hier... Ähm... Ach nee, du kannst mich abonnieren sogar, irgendwie. Ne, ja, klar. Und normalerweise müssen die Abonnenten dann... ...irgendwelche Benefits kriegen. Wie zum Beispiel... Also hier, Blackbox macht ja Workshops für seine Abonnenten. Exklusiv. Wo er denen dann ein bisschen... ...vermittelt mit Discord... ...zum nachfragen und so. Ah, cool. Boah, ja, da müsste ich das ja richtig... ...richtig einrichten, irgendwie. Ja, ich muss mich damit mal auseinandersetzen, das mach ich nicht mehr heute. Naja, bis jetzt hast du ja... ...also, ähm... ...da kannst du ja dann den, ähm... ...Tutorial... ...du bietest ja Tutorials für die Concorde schon an. Im Prinzip. Bei dir kann Retorials buchen. Das ist... Ja, ja, das ist... Ich mach das schon, ja, ja. Also wenn du die Concorde lernen willst... ...ich hab hier auch noch eine Concorde rumliegen... ...von der Aerosoft. Die FSX Concorde. Die... Es war ein Fehlkauf. Ich dachte, ich könnte die auch für P3D nehmen. Und das ging nicht. Aber Aerosoft? Ne, für ein FSX von Aerosoft. Aber da ist FSLabs. Dahinter. Hast du? Okay. Aber das hab ich jetzt nicht genau gecheckt. Na, mal schauen. Ich werd jetzt erstmal hier in... ...X-Plane Fuß passen wollen und dann... Ja, logisch. Maar die Concorde ist auch kein einfaches Flugzeug. Also da brauchst du schon... Da brauchst du schon ein paar Tage, bis du das, ähm... ...bis du das Ding wirklich fliegen kannst. Ne, ich hab jetzt vor kurzem meine alte... ...meinen alten Computer... ...bisschen auseinandergenommen, da noch ne 1TB-Festplatte rausgebaut und hier eingebaut. Die ist jetzt erstmal reserviert für... ...kennst du das ganze Szenerie-Zeug für hier... Ja, das verstehe ich. ...X-Plane. Das sammelt sich alles... ...und hinterher, wenn da mal irgendwann ein gescheiter A320 oder so rauskommt, ne... ...dann werd ich mir sowas holen und damit fliegen. Das ist irgendwie so ein Study-Level-Ding auch... ...wie du da hast. Ja, das ist cool. Und nebenbei halt noch hier ein bisschen X-Plane verschönern, generell. Hm. So, wie mach ich denn das jetzt? Ich hab noch 120 nautische Meilen bis zum Top-Up-Descent. Aber der FS-Labs liefert Dokumente, et cetera, mit denen man die Konkurrenz lernt. Ja, ja, da ist ein Tutorial-Flight bei. Das ist auch ein super, wirklich ein sehr, sehr gut ausgearbeitetes Tutorial. Ähm, da kann man echt gut mit... mit lernen. Ähm, du hast dann auf jeden Fall die grundlegenden Sachen drauf. Also, zumindestens kriegst du das Ding vernünftig vom... vom Cold & Dark aus, bisschen zum Start, Flug, Landung, ähm, bisschen Navigation lernen halt. Ähm, das geht schon. Und da gibt's noch ein riesiges Handbuch mit mehreren hundert Seiten. Ja. Was man auch ausdrucken und binden kann, wenn man will. Sollte man machen, ja. Weil es doch zum Nachschlagen manchmal ganz sinnvoll ist. Das sagt jemand, der zehn Jahre das Ding fliegt, ne? Das hat... das Handbuch hat zwei... um die 270 Seiten, ja. Ich hab's bei mir auch schon im Regal, aber... Ich sag jetzt... Naja, installiert du erst bei deinem Cloud, ne? Ja, genau. Oder WhatsApp auf dem Desktop. Oder WhatsApp auf dem Desktop. Oder den A320. Oder... ach. Da ist noch so viel. Aber erst mal, ich hab jetzt, ähm, so prioritär, für mich erst mal, jetzt EWAU-Flüge und das Concorde-Tutorial, muss ich weitermachen. Das Deutsche. Dann kannst du dir das nämlich angucken, während du dann, ähm, mit Baby auf dem Bauch, im Wohnzimmer auf der Couch liegst. Hab schon Lust, sie mir jetzt zuzulegen. ... für den Simulator. P3D auch? Oder FSX? Ach, jetzt weiß ich gerade überhaupt, was ich machen wollte. Ich wollte, das heißt, ich muss... Mal gucken, ob ich hier ausbalanciert bin. 4, 6, 20, 4, 2... Ach, das lohnt sich jetzt noch nicht. Bei 9, dazu musst du ja die Tanks erst mal voll machen. Also, Concorde kann ich nur empfehlen. Das Ding macht echt Spaß. Es ist für... für lange Flugstrecken ist das eigentlich echt ideal, weil... maximal... 4 Stunden in der Luft bist. Das 4 Stunden, finde ich, kann man immer noch ganz gut überbrücken, im Gegensatz zu... was weiß ich, 9 oder 10 Stunden, die du sonst brauchst. Das einzige Problem bei der Concorde ist, du hast halt irgendwie... die Max-Range liegt bei... 3.700 nautischen Meilen etwa. Also, ich bin sie mal mit 3.900 kürzlich geflogen, das geht auch noch, aber da wird's schon eng. Da wird's echt eng. Da ist dann auch nichts mehr mit Go-Around oder so. Was hab ich denn hier für eine russische Star-Mir ausgesucht? Das... Ich hab mich das gerade auch gefragt. Ich hab das gesehen und hab mich so gedacht, so, nee. War das die, die du mir da geschickt hast, ne? Oder? Ja, da flieg ich nochmal so eine S-Schlangenlinie. Ja, das ist ja total banane. Die musste ja nicht fliegen, diese Schlangenlinie. Kannst du ja auch weglassen. Ich kann das ja entscheiden anhand meiner Höhe, die ich danach habe. Ja. Wenn du zum Höhe abbauen, ist die vielleicht gar nicht so schlecht. Ich kenn mich ja. Hm. 54.000 Fuß. Oh, was hab ich denn hier für WhatsApp-Nachrichten? Wieso hab ich denn so viele WhatsApp-Nachrichten? Ich weiß nicht. Nö, ist mein Kollege. Ich hab noch niveaulosen Scheiß gekriegt, den wollte ich mir noch angucken. Mein Mikro hakt. Okay. Hakt nicht mehr, oder? Funktioniert jetzt. So. Rabea hat ihr Abi bestanden, das ist schön. Was hörst du da? Ein WhatsApp-Sinnlos-Arsch-Video. Hallo Carsten, mögt ihr am Samstag, äh... Zum Grillen. Oh, gerne. Ach ja, das hab ich schon mal gesehen. Okay. Airbus A320 Home-Cockpit-Teile. Hatte ich dir das mal zugeschickt, äh... Matthias? Ah ja doch, da hattest du, glaube ich, geschrieben, dann... ...habe ich keine Frau mehr, oder so. Äh, ich weiß gerade nicht mehr. Ja, ja doch, doch, das hattest du dir geschickt. So, ich leite jetzt meinen Decent ein. Das tust du's gut. Dann komm ich gleich zu dir. Ne, es dauert noch, es dauert noch. Glaub, ich bin dann aber mal schlafen. Yo, gute Nacht, Lemtricks. Schön, dass du da warst. Wenn du dir die Concorde zulegst und was wissen willst, oder irgendwas, dann meld dich einfach. Und falls du die für FSX haben willst, ich hab hier noch eine rumliegen, die ich nicht verwende. Ja, dann wäre das ja ne gute Alternative vielleicht. Genau. Das hat jetzt natürlich keiner gehört. Obwohl, es ist... Ja, die ist ja auch gekauft. Es ist ne Schenkung, glaube ich, das ist egal, ne? Ne, na, ich würde... Naja, ein klein... Ein klein Obolus. Ein klein Obolus. Ja. Hatte ich sie schon... Also, ich hab sie ja auch neu gekauft. Von daher, sie jetzt zu verschenken... Ja, ne, das soll da ein bisschen aussehen. Würde keinen Sinn machen. Aber ich weiß... Aber ich glaube, er hat doch... Hat er nicht... Der hat doch, ähm... P3D, oder? Hat er nicht... Achso, dann fällt das E aus. Ja. Ich weiß es nicht, hat er nicht geschrieben. Aber er wird schon P3D haben. Denk ich mal. Ja. So, dann schnallt euch mal an, ihr süßen. Ach nee, ihr seid noch angeschnallt. Warum schnallt mein Handy eigentlich nie? An welchem Netzwerk es sich bei mir zu Hause anmelden soll? Wie? Hast du mehrere WLANs, oder wie? Äh... Ja, ich glaube, ich hab das nicht richtig gemacht. Ich hab eins UG, eins EG, eins 1OG und eins DG. Achso. Ja, dann hast du das nicht richtig gemacht. Okay. Dann wirst du mir das mal erklären, wie man das richtig macht, oder? Hm? Mhm. Ich schick dir mal einen Link. Och, da muss ich ja wieder lesen. Nee. Es ist ein Amazon-Link. Ein Amazon-Link? Als Empfehlung. Achso. Wenn man es machen kann. Ja, ich wollte jetzt nicht noch Geld ausgeben. Ich weiß. Okay. Aber, ähm... Wenn du dich irgendwann mal dazu entschließen solltest, ist das trotzdem meine Empfehlung für ein Haus. Okay. Der extreme Vorteil ist... Äh, ich schick dir das einfach trotzdem mal per WhatsApp. Ja. Ein Ubiquiti Access Point, äh, der kostet, wenn du nicht die schnellste, höchste Geschwindigkeit brauchst im WLAN, die braucht man in der Regel nicht, kostet ein Access Point 68 Euro. Und der Vorteil ist, du arbeitest dann nicht mit mehreren Repeatern sozusagen, also du bräuchtest schon für jeden Access Point ein Kabel. Und, äh, du hast aber trotzdem eingeschlossenes WLAN. Und, ähm, die Handys werden on the fly von Access Point zu Access Point weitergereicht. Ah. Normalerweise kosten diese Profisysteme richtig Schotter. Und Ubiquiti ist halt ein Anbieter, äh, den ich auch schon in Hotels gesehen habe und so. Da gibt's halt den einfachen Access Point schon ab 68 Euro. Und er sieht im Prinzip aus wie so ein Rauchmelder. Okay. Und den kannst du da irgendwo an der Decke oder an der Seite anbringen und auf jeder Etage ein und damit hast du dein ganzes Haus schließend abgedeckt. Ach, das ist ja cool. Und dann hast du auch diese, diese scheiß Ummelderei dann praktisch nicht mehr. Na, du hast, was du hast, du hast an einem PC eine Controller-Software. Mhm. Die, äh, installierst du einmal und programmierst die Dinger, die sind an sich nämlich dumm. Die kriegen das nur über diese PC-Software geleert sozusagen. Okay. Und die muss aber nicht immer laufen. Das ist nur zum Ändern und Programmieren. Ah, okay. Und dann läuft das eigentlich ziemlich cool. Ach, das ist ja interessant. Gut, wenn du natürlich jetzt drei Access Points für dein Haus brauchst, dann kostet das auch viel Geld. Aber wenn du jetzt mit zwei hin kommst, lässt sich das langfristig planen. Ja, das ist total bescheuert, weil ich hab, ich hab tatsächlich, ähm, ja, ich hab ja insgesamt hab ich drei, drei Access Points hier. rumstehen. Kannst du die nicht auch über die Firma machen? Dass du das halt... Ja, klar. Du das kann ich schon machen. Hm. Ich kann ja anscheinend bei Twitch einen kostenlosen Probemonat machen. Ach so, für, äh, für dieses, ähm, Prime-mäßige Ding. Aber da muss man bestimmt wieder alles wirklich angeben. Ja. Ja, 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 ja. Da lohnt sich eher mal Amazon Prime. Ja. Da hast du einen Mehrwert. Ja, genau. Bei dir kann man jetzt hier auf Abonnieren drücken. Das fehlt bei uns noch hier. Ach, ich wäre... Bei mir wird das nix. Dafür streame ich viel zu unregelmäßig mit viel zu wenig... Das ist... Du musst dafür... Damit das geht, musst du Affiliate sein. Das ist so eine Vorstufe von... Genau, das ist so eine Vorstufe von, ähm... Äh... Vom, vom Partner. Hm. Und wann wurdest du das? Hm, das ist jetzt schon... Das ist schon gut anderthalb, zwei Monate her, glaube ich. Ah ja. Aber du streamst ja auch so regelmäßig, ne? Äh, ja... Ja, 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 genau. Also schon... Ich glaube, ich habe mir mal... Also bei diesen langen Flügen schaffe ich das nicht jeden Abend. Da muss ich wirklich so immer einen Abend zwischendrin aussetzen. Aber wenn ich so Flüge habe, so anderthalb bis zwei Stunden, schaffe ich es durchaus jeden Abend online zu sein. Weil ich... Das ist so... Die beste Zeit für mich ins Bett zu gehen, ist eigentlich so zwischen zwei und halb drei. Das ist eigentlich eine gute... Eine gute Zeit. Alles, was darüber hinausgeht, ist schon... Dann muss ich nachschlafen, dann irgendwie. Oder den Tag drauf dann eher ins Bett. Aber ansonsten komme ich durchaus mit... Viereinhalb bis fünf Stunden Schlaf aus. Ich hätte jetzt nicht auch nicht so langen Flug gemacht, wenn ihr nicht da überall hingeflogen wärt. Nee. Achso, Matthias, genau. Ich wollte mal einmal in deinen Stream reinlucern. Ich bin noch im Umkreis von 100 nautischen Meilen. Ah, okay. Der Flughafen ist dort noch einen Moment. Aber ich habe den Descent heute mal frühzeitig eingeleitet, dann kann ich den wirklich abkürzen. Hinter dir ist auch jemand, der von Amsterdam aus nach Dubai fliegt. Ah ja, ist ja cool. Mit einem... A330. Scheiße, ne, ja. Und in Dubai ist, denke ich, viel los. Da startet jetzt auch gerade einer. Boah. Aber so schade, dass es kein ordentliches A380 hat. Ja, das wäre cool. Das hätte ich ja sofort, glaube ich. Wenn das so Study-Level ist, dann... Ey, wie viele sind die hier noch? Ach, die direkt hinter mir, ne? Ja. Syrien, er ist auch noch anscheinend hier. Ja. 426, 426, 4200, 4200. 425, 485. Oh, das kann ich so lassen. Das ist prima. Oh, ich brauche heute nicht pumpen, ein Glück. Aber unsere, ähm... Quasi... Unser Abstand ist ungefähr gleich geblieben, ne? Stimmt. 496, der fliegt genauso schnell wie ich. Der Typ. Der wer? Hinter mir, der Typ hinter mir. Der KLM-Typ. Hm? Der KL... Heavy. KL 427. Medium. Ah, ich bin richtig schnell. Ich hab knapp... Ich hab jetzt knapp die Hälfte weg. Du bist bei 490 Knoten momentan. Da bin ich ja sogar noch schneller momentan als du. Ich bin... Bei mir steht 501. Ah ja, aber gut, jetzt bei mir... Ne, also... Im WebEye. Im WebEye. Aber jetzt hier bin ich bei 495. Okay. Ich hab jetzt so Seitenwind, ne? Ein bisschen. Mhm. Was hast du für ein, ähm... Ähm... Kostindex? Du warst immer noch höher, ne? Ne, ich hab ihn auf 110 wieder hochgestellt. Ah ja, ich hab ihn bei 100, glaube ich. Ich stehe auf 30, weil ich nicht wusste, ob mein Sprit reicht. Aber hier mit 5 Tonnen und 100 nordischen Meilen brauche ich mir keine Sorgen machen. Ah ja. In der Treff. Oh, da ist... Oh, da ist ja richtig was los. Hallo? Pro Treff. Dann würde es dich heute lohnen zu lotsen, auf jeden Fall. Oh ja. Ja, doch, meine ILS ist, glaube ich, auch drin. Oh, die Sushi ist wieder gegangen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, schon lange, lange her. Hat er Tschüss gesagt, denke ich? Nein, hat er nicht. Mochte er aber auch nicht immer manchmal. Er kommt dann wahrscheinlich nochmal wieder. Verliss er Strom auch alle einfach. In deinem iPad schaut, da ist ein... So, auf welcher höher bin ich denn? Auf 25. Ja, das reicht. Das startet mal. Index... Soll ich auch mal... ...Kostindex ein bisschen höher stellen? 110 oder so? Mhm. Ähm, wie ist das denn jetzt, wenn... ...da nicht gelotst wird, muss ich das dann, ähm... Du schreibst mir Unicom, äh, welche Runway, welche Höhe, welche Höhe du bist. Also, wenn du dein Decent einleiten, schreibst du normalerweise gerade, ja. Ich müsste jetzt... Wie war das? Warte mal. Wie war der, ähm... ... von Dubai? OMDB. OMDB, ja. Äh, ich schreib jetzt OMDB, äh, TB, wie Top of Descent. Äh, Descent to Flight Level 11. Nein. Ich hab ja nicht mal die Hälfte geschafft. Oder vielleicht gerade mal die Hälfte. Hahaha. Du bist auch gerade bei der Hälfte, oder? Ich ungefähr, ja. So, so in etwa. Ja. Das kommt ungefähr hin, glaub ich, mit uns beiden. Hm. Könnte. In Dubai, dass wir da ungefähr gleichzeitig ankommen. Ach, der, dieser, dieser doofe Flughafen hier... ...wo ich gestartet bin... ...der hat gar keine... Der hat tatsächlich keine Turnpads. Ja. Der hat einfach keine. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie siehst du da bald aus, wenn du da mal mit so einem großen Flieger landest, ey. Ja, wie sehen wir? Eine Festplatte klingt komisch. Die macht dir ganz fritzig komische Klacker-Gereiche. Das ist nicht gut. Du hast noch eine Festplatte? Also eine HDD, so richtig so mit... Ich hab eine HDD und zwei Festplatten. Okay. Ja, hab ich auch. Ich hab jetzt noch eine dritte eingebaut für die Sicherung. Weil ich keinen Bock hab, jedes Mal wieder mal aus dem Wald heraus... mit Windows anzufangen, wenn ich... Immer bei Null. Bei Null anfangen. Samsung. Das ist meine 750 GB Samsung, die hier rumheult. Das ist aber nicht schön. Oh, nee. Und meine HDD, oder? Was sagst du? Ja, ja, ja. Und meine N-Therabyte Z-Gate von Anodatio... Ja, stimmt. Die sind beide auch nicht mehr so ganz gesund. Mit Lager kaputt, oder? Nee, der Heal-Square hat den Sektor in Prozent an. Der ist einmal bei 69, einmal bei 63 Prozent. Und die sind auch erst mal hoher, die Platten. Naja, gut, okay. Ich muss mir einfach mal die, ähm... die Smart-Werte angucken. Ja. Smart-Achtung-Gute. Und jetzt muss ich sie noch interpretieren können. Naja. Mach ich heute nicht mehr. Du bist schon Rating FS2. Weil du wahrscheinlich diese Tour gemacht hattest, oder? Die Newbie-Tour. Nee, einfach ab so und so viel Stunden. Flugstunden müsste auch, warte ich FS2. Ich bin auch FS2, komischerweise. Ja, bestellen Long-Haul unter... die WoW. Das könnte, das könnte sein, ja. Da kommt man ja schnell auf die Stunden. Hattest du beim Start wirklich was geschrieben, oder war es dir egal, was da war? Ich hab, nee, ich hab was geschrieben, aber das kontrolliert jetzt keiner. Ja. Ich hab da nichts geschrieben. Ja, in Dubai würde ich auch was schreiben, mit. Ja. Äh, irgendwie wenn man dann beim Top of Descent ist und dann irgendwie welche Runway man nutzt, oder? Ja. Und wie heißt denn meine, äh, äh... Achso, nee, das schreibe ich noch nicht, vielleicht fliege ich sie ja nicht. Aber eigentlich ist auf Unicom nichts los, weil ich hab den ja an hier. Normalerweise müsst ihr dir da auf Unicom was anzeigen, oder nicht? Nee, nur wenn Leute was schreiben. Ja, das schreibt im Moment eh keiner, also landen die sowieso alle ohne zu schreiben. Äh, die haben das aber auch, äh, die schreiben, Unicom ist ja nicht für die ganze Welt. Sondern die haben das nur in deiner Region. Nur fliege in deiner Nähe, ich lesen das, was du schreibst. Achso. Was war das überhaupt? Ist das eine Frequenz, die Unicom-Frequenz, oder ist das... Immer 122,8. Ah. Oder vielleicht sollte ich das mal eingeben. Nee, das ist Standard. Du kannst auf den oberen linken Knopf mit der rechten Maustaste drücken. Ah. Dann bietet er viele Sachen an. Ah, und dann klickst du es einfach an, ne? Oh man, Saudi-Arabien an sich ist ja online. Bin ich ja froh, dass ich übers Meer außerhalb des Bereichs fliege. Der andere Flieger hat sich ausgelockt, der... Ausgelockt. Der hinter dir war? Hm. Echt? Ja, der vielleicht ist ja ein Flugzeug... Nee, der ist immer noch da. Der ist im Persilom-Golf. Nee, der ist bei mir nicht mehr da. Bei mir auch nicht. Aber einer ist da noch ziemlich weit hinter, ne? Ja, ja, der ist von Syrien-Airline. Ja. Ach, und da ist... Der eine ist gestartet hier. Von OMDW nach WADD. Hm, Gura. Wow, das ist aber auch schon ein langer Flug. Der davor, ja. Ich hab das auch noch nicht ganz richtig gemacht mit dem Estimated Top of Descent und diesen ganzen Zeiten. Das hab ich einfach jetzt übersprungen. Ja, macht doch nix. Mein, ähm, Kursindex setze ich jetzt runter auf 30. Und jetzt reduziert er auch massiv Speed. Ah, ja. Ähm, bei mir, wenn ich gerade auf Unicom gehe, Mhm. Dann will ich da unten was ins Feld reinschreiben, das geht gar nicht. Ich kann hier gar nix reinschreiben, aus irgendeinem Grund. Muss ich da im Teamspeak wirklich connected sein? Nö, muss der nicht. Nur wird der connected sich dann nur... Du gehst mal auf Main. Unten, unter diese Linie reinklicken. Ah, ja, ja, Main. Ja, ja, das weiß ich, aber es geht gar nicht. Das ist eher ungewöhnlich. Äh, Arcas? Ne, das ist es ja nicht, ne? Mhm. System. Preferences. Warte mal kurz. Tagging on. Teamspeak voice on. Eigentlich alles an. Ich habe Unicom 1 ausgewählt. Unicom und dann dahinter ist so ein T-R, oder? Warte mal. Auf Unicom mit links auswählen, dann hat er 122,8. Ja. Auf oben rechts Unicom. Dann bekomme ich immer nur Error irgendwas. Ja. Oh. Ich könnte... Ich könnte noch OEJD Center auswählen, aber... Aber... Das macht jetzt auch keinen Sinn. Komisch. Unicom... Achso, ich weiß gar nicht, wie hier die Transition High Pair ist. Hier habe ich bestimmt wieder 18.000 Transition High. Oh, weiß ich auch nicht. Komisch. Ich kann es einfach gleich so... Ich kann aber irgendwie nichts schreiben. Wahrscheinlich habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Jetzt fliege ich meine Star doch ab. Ich habe immer noch 12.000 Höhe. Ich brauche das jetzt zum Höheabbauen. So kann man es natürlich auch machen. Anstatt bevor ich jetzt irgendein Holding-Rennen programmiere. Ja. Obwohl ich schon vor dem offiziellen Top of Descent mit dem Sinkflug angefangen habe. Naja. Habe ich noch... Ja, das war diese fertigprogrammierte Route. Ich bekomme auch immer nur ein Error irgendwas, wenn ich das anklicke. Also so eine Stimme aus Teamspeak, glaube ich, die Error sagt. Achso, die kannst du ignorieren. Ja. Aber du siehst es ja auch im Stream, ne? Ich meine... Hm. Ich klicke drauf und Unicom. Da geht leider, wenn ich da drunter draufklicke... Ich wundere, dass du nichts schreiben kannst. Ja. Ich meine, davor kann ich mal immer noch schreiben. Tipp mal den Knopf unten links. Da kommt bei mir ein Cursor, der tippt. Ganz unten links den Knopf dann, wo... Ja, ich mache es gerade. Aber irgendwie geht da nichts, leider. Wann nochmal das? Ich musste mal im E-Waro-Forum fragen. So ist das, weil... Ja. Ja, schon. Nee, egal. Schreibt immer, wenn das so bleibt. Ich finde, dass es mit E-Waro macht ja... Finde ich fast eh nur Sinn, wenn man wirklich da mit Air Traffic... Also dahin fliegt, wo wirklich besetzt ist. Hm. Auf jeden Fall, na klar. Ich meine, für uns mal es macht Sinn, weil wir dann online... Das ist halt ein schöner Multiplayer, der Simulator-übergreifend ist. Ja, stimmt. Stimmt. Vor allem wenn wir zusammenfliegen, ne? Da hast du recht. Ich kann hier mit... lustigerweise mit den Pfeiltasten hoch und runter gehen. Ich bin da irgendwie ausgewählt. Ich kann leider nichts schreiben. Schade. sonst google mal parallel. Oh, warte mal. Jetzt hat er was geschrieben. Ich bin da wahrscheinlich mal aus Versehen irgendwann so drin gewesen, hat er da so viel reingeschrieben, dass er zu irgendeinem Fehler führt. Ah ja. Du siehst es ja gerade, ich bleib jetzt mal die ganze Zeit auf der Delete-Taste, mal schauen, ob ich da irgendwann was schreiben kann. Ah, jetzt kann ich was schreiben, ahhh. Ja. OMVB Approach. Runway. 12 Ride. Aber ich finde das... Alles gut. Ich finde das mit dem Stream eigentlich wirklich ganz nett, weil wenn jemand zuschaut, ist er schön. Ja. Und wenn man zusammenfliegt, ist es auch schön. Ja. Desti. Ich fliege die Desti. Nein. Da macht natürlich die Concorde schon mal ganz schön was her, denke ich. Das fliegt fast keiner. Ja, die ist wirklich relativ selten, ne? Ja. 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 Also oft siehst du die nicht. Gut schauen. Spiele. Simulator X 290. Aber wir sind die einzigen drei... Ne. Wir sind... Also bis mit dieser Tattoo Man, der immer da ist. Mhm. Aber sonst sind wir die einzigen Deutschen. Ah ja. Ja. Da bist du gar nicht auf... Äh... Bist du gar nicht Deutsch ausgewählt? Äh... Weiß ich nicht. Nee, es kann sein, dass ich auch auf Englisch eingestellt bin. Okay. Und dann ist noch dieser Johnfly online und der Aerosim Gaming. Mhm. Die teilen sich die Viewer eigentlich ein bisschen. Normalerweise hat der Aerosim Gaming immer über 100. Den schaue ich auch öfter mal. Ja. Ja. Ich habe, glaube ich, bei dem mal ein oder zwei Mal reingeschaut, ja. Ja, ist auch ganz gut. Ja. Den Johnfly... Ja. Ich habe auch schon mal ein paar Mal reingeschaut, aber... Ja. Schauen. weil du das kennt ihr den typen das klingt auch öfter experiment und einmal reingeschaut so jetzt schalte ich mal mein landing system an wie viele tonnen habe ich denn noch? 32 tonnen das ist ganz schön viel das geht deswegen noch nicht automatisch in approach ich glaube ich habe ein bisschen viel mitgenommen was ist das überall für ein Schied? Wetter? ich habe ständig Gewitter, Donner, Blitz so ich habe noch 36,7 tonnen boah wir hast ihn du mitgenommen sehr krass das was mir hier der Simbrief vorgeschlagen hat eigentlich aber noch ein bisschen mehr ich habe 13 tonnen mitgenommen 36, da musst du ja echt beim landen gleich aufpassen ne? ja ich komm da schon hin Geschwindigkeit und so weiter da habe ich glaube ich irgendwas von den Einheiten her nicht richtig nicht ganz LBS zum Kilogramm verwechselt ja wahrscheinlich ja das wird sein aber ich bin auch so schwer dass er ähm dass ich nicht unter 200 fliegen darf im Augenblick um nicht in diesen äh Floor Modus zu kommen dass er dann Feuergas gibt ach du drehst ja deine Sit schon ab ne? mhm seh ich gerade noch im entspannten Sinkflug mhm das dürfte eigentlich gut passen heute na das sieht ganz gut aus ne? 5800 Fuß ist das richtig? ja ja na das geht ja Blockfuel wurde mir hier vorgeschlagen 16.723 ne das ist eigentlich Blockfuel ist eigentlich das was du ja was ich dabei habe genau richtig und jetzt habe ich noch hier 16.632 Kilogramm aber ich bin ja schon ein bisschen aus geflogen ich hatte halt ein bisschen mehr mitgenommen wahrscheinlich ein bisschen zu viel mehr aber ich weiß nicht ob das von den Einheiten hier ja alles abwarten auf jeden Fall kann ich das ja auch umstellen noch also ist dann ein bisschen gecheatet dann aber oder ich muss eben Fuel dumpen na das macht man doch nicht oh ja oh das ist ne schöne View oh ja ich sollte auch nachts landen verstände ich das auch noch ach tagsüber wäre auch ist doch auch okay ja aber X-Pen sieht viel schöner aus nachts das stimmt ne ich mach's ja tagsüber jetzt ihr schon nachts landet ne genau ja aber du kommst ja gut runter hast du als Szenerie irgendwas nö alles Standard ein bisschen aufs X wenn ich Glück hab aber hm du fliegst aber sowas ähnliches wie ich auch ja das hab ich auch so was so nen riesigen Bogen das wird's schon sein aber zum höher abbauen war's jetzt gut du kommst da übers Meer rein ne ja genau landest du auf der linken oder auf der rechten ne auf der rechten Seite ich glaub ich bin immer die linke mit der PMDG geflogen das war diese dieser ähm von der Triple Seven der Trainingsflug der geht von Amsterdam nach Dubai ach ist ja krass das ist ja richtig lang da fliegt man auch sowas ja da kann aber da hab ich auch mit Zeit mit der Zeit gespielt hm das verkräfte die das ja hm also bei mir hat's nicht zu oft zu Problemen geführt ich glaub das bräuchte ich mit der Concorde gar nicht probieren das geht voll in die das geht's eh nie mehr als dreieinhalb Stunden ja maximal vier Stunden das ist jetzt mein neues Maximum aber sonst ja in der Triple Seven kannst du ja immer ich weiß nicht 15 16 Stunden unterwegs sein ne Stimmt wenn die manchmal bei EWAU im TeamSpeak 3 sich dann verabreden am Wochenende komm wir fliegen jetzt nach Washington das ist krass ne und dann oh na gut das sind ja nur 12 Stunden und wenn sie über den Atlantik fliegen dann dürfen sie auch nicht pennen gehen da werden sie von Operatoren angechattet was sie werden getrennt wenn sie sich einfach so ja 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 das ist das ist so das ist tatsächlich so gerade über dem Atlantik also ich weiß bei Watzim früher war das ganz krass krass mhm aber man kann trotzdem Tricks man kann sich sozusagen wenn man losfliegt losfliegen dann disconnecten und naja anschließend den Flugplan wieder einrichten connecten und zwischendurch pennen gehen also das ist nicht verboten ich hab das teilweise ich hab denen das dann einfach gesagt manchmal dass ich dann nicht da bin gerade für eine halbe Stunde das ist dann auch okay aber gut ich flieg auch auf anderen Höhen da ist eh nix los deswegen also da wo ich flieg ist ja kein anderer deswegen ist deswegen ist denen denen ist dann eigentlich immer egal gewesen bis wir dann irgendwann mal beide Concorde fliegen das ist einer von euch wenn man am Gate steht und den Flugplan eingereicht hat was man dann als erstes sagt also dann geht man ja erstmal zum Tower du sagst Request Startup Clearance und dann gucken sie sich den Flugplan an und bestätigen dir deine Startup Clearance und sagen dir dein Innerche Climb worüber du fliegen sollst und so weiter und dann musst du das alles komplett zurücklesen und dann requestest du ein Pushback dann sagen sie dir in welche Richtung du den Pushback machst und dann request Taxi to Holding Point Runway ja ja zwischendurch kommt dann noch zwischendurch kannst du dann noch den den Startup für die Engines requesten nach dem Pushback oder beim Pushback da ist ein Startup mit drin ach so okay ich muss das vorher machen weil ich ja die Engines am Gate anmache ich hab immer nur gehört dass die dann noch irgendwas mit Information Golf oder irgendwas da lag ja ja das ist deine Meta das wird die Wetterinformationen die werden ja ständig aktualisiert und haben Buchstaben aus dem Alphabet ja ach so okay jetzt aktiviere ich meine Approach Phase aber wenn ich doch den Flugplan eingegeben hab ne ja und denen das gebe und sagen die einem dann teilweise noch dann andere Routen quasi wie man abfliegen soll oder weil normalerweise fliegst du doch dann also räuschst du dein du schaust dir eh welcher Runway aktiv ist ne ja und dann nimmst du den ja und nimmst da irgendeinen Star ne ist doch der Abflug ja und die gucken dann ob das soweit alles gültig ist und ich hätte auch zum Beispiel beim Leipzig ähm ein falsches SIP äh ausgewählt wo sie gesagt haben ne ich muss eine andere nehmen wegen Nachtflug regeln also jeder Flughafen hat immer seine Procedures an die man sich nach Möglichkeiten auch halten soll ja und jetzt lande erstmal in Ruhe ja jetzt wird's schon spannend jetzt muss ich klappen eigentlich muss ich pinkeln aber das muss jetzt warten Pause drücken Hi Fagrant welcome on board und jetzt wackelt's ganz schön und ich hab null Sicht das ist wieder aber das ist sehr realistisch auswendig mhm mit den Wolken und so oh ja das wackelt wirklich ordentlich bei dir da da ist doch irgendwas vom Boden oder? bestimmt ist das nicht ne Küstenlinie da? ach ne das sind ne das blaue ist alles noch mehr hast du Fahrwerk schon draußen? ja wahrscheinlich ist immer sehr schnell konfiguriert der ist von alleine heute in Approach Mode gegangen wow genau also ich hab nicht hab nicht gedrückt ich hab nur jetzt den Approach Knopf gedrückt an sich hier aber der war vorher schon im Modus dafür glaube ich ich glaub bei der 7.3 gibt's hier sowas wie Approach Modus gar nicht richtig so ich werd mal eben einmal kurz auf die ui ui buddy schau ich dir schön zu nimmst du da immer die äh vergrößerten Darstellungen deiner Displays oder? ja nehm ich einfach weil ich das nicht lesen kann auf meinem Bildschirm ui Sikus 18.93 danke fürs Follow dankeschön und welcome on board das ist nicht ganz realistisch was macht denn der jetzt? was treten der hier für ein Scheiß sein? ja siehst du jetzt geht's wieder los bei dir hä? seht ihr das? ja ich seh das ich mach mal FD auf geht's ja oh ich bin ja auf Setting irgendwie der ist irgendwie auf Setting gekommen 56 ah naja eine kleine Kurve mehr ist ja nicht schlimm das kriegt er noch korrigiert denke ich mal ja bisschen Spannung im Approach ha 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 wenn jemand Zeit hat vielleicht hat einer von den Viewern noch lustig die Landung anzugucken zwischendurch dann da ich könnte ihn gern hierauf verweisen na klar if anybody wants to see a rent a set landing with an A320 here is a link hey ho 618 93 hello ich werd ihm auch mal den Ding schicken mhm na ja seh noch hab ich keinen Localizer if you wanna see an approach in Dubai wie weit bist du denn? wie nah bist du denn dran? äh um die 20 nautischen Meilen kann das sein? wie lange schaust du schon zu ohne dass ich es merke? okay so hier links geh ich in den Landing Mode okay ah ja und hier mein Chart ich hab hier für 12 rechts hab 109,5 ja ich kann nochmal die Frequenz prüfen aber ich hab sie vorhin eigentlich schon mal geprüft 109,5 ja naja ich kann mich jetzt nur auf ALS verlassen momentan seit der Sicht ich hoffe das ich wenn eben erst zu naja super oh da hinten geht wenn du deine Landung anschauen willst dann hab ich dir den Link da reingeschickt dann kannst du da schnell rüber wechseln ich schau mir die jetzt auch an bei mir geht die Sonne auf geht bei euch auch die Sonne auf? oder wer von euch fliegt grad mit der aktuellen ich hab nicht die richtige Zeitzone eingestellt okay ich bin ja in Zypkorn gestartet mit deutscher Zeit ich hab bei mir geht definitiv da hinten die Sonne auf, da wird's helle das ist cool Destillin ist jetzt bei dir, ne? hm ich glaube auch naja ich schau mal vorbei, danke du kannst ja danach wieder kommen wir sind eh alle im gleichen Discord Channel genau ich mein bei mir ist grad nicht so spannend das wird ja spannend bei dir das ist grad spannend, weil das grad totaler Blindflug ist, ne? und ja wo ist dein Minimum? jetzt 220 hm ich würde sagen, wenn du deine Landebahn nicht in Sicht hast, ne? achso das ist ja K1 ich hab ja K3 da liegt's Minimum bei 75 ah ok du hast grad 3? ne momentan jetzt, bei der Sicht muss ich grad 3 fliegen du hast auch beide Autopiloten an ich hab dich jetzt angemacht erstmal ja bei der Sicht was soll ich da manuell machen da kannst du nicht manuell fliegen das kannst du schon, aber dann brauchst du auf jeden Fall den ELS aber du müsstest den ELS langsam kriegen, ne? ja, ich finde auch du bist dabei im Approach-Mode schon, oder? bin ich schon ja das ist alles auf Lande-Config hast du deine ELS ja, ich hab noch einen Logan Anstelllinkel bei mir hör mal, hast du ein 4 Approach angegeben? weil da unten stehen nur die Vorfrequenzen, ne? 115.20 äh, ne, das ist ja, aber, äh, das liegt daran, dass ich die Vor eingeschaltet habe hier in der Anzeige du bist zu hoch, 100 Pro ich bin mir ziemlich sicher, dass das mhm, 3000 mhm, 3000 ja hast du irgendwo die Entfernung stehen zu dem ich kann ja mal runter, ich denke auch ich hätte jetzt langsam mal ich setze mal die die Höhe noch ein bisschen runter ich glaub du könntest noch wenn du Approach-Mode das anhast und das richtig eingestellt ist, müsste das bleib ich doch noch gehen aber ich hab ja noch nicht mal einen Localizer gekriegt der hat, der hat nicht mal, der hat nicht mal genau du bist doch achso, der Localizer ist noch blau bei dir, ne? das heißt schon ich ja der, der, äh, wird wie ein Viereck umrandet sozusagen mhm ja jetzt hat er irgendwas ne, das mache ich mal ach, das warst du jetzt ich sag mir gerade jetzt ja, kannst du es ja manuell probieren aber da musst du die korrekten ich hab mir jetzt auf Höhe von 1000 eingestellt und da müsste er ja irgendwann den Localizer jetzt mal kriegen dass ich den Intercept ey, ich meine du musst auch 2000 Fuß anfliegen vor allem glaub ich, ne? ne, 3000 ja, echt? 3000 war die richtige Interception ok ist da ein Q&H korrekt? bei P doof hätte ich ihn kriegen müssen und das hab ich schon vor ner Weile passiert ahja, du siehst jetzt aber auch schon was, ne? ja, das lässt's hoffen das wäre da irgendwas jetzt du dürftest noch nicht zu niedrig äh, zu hoch sein glaub ich nicht aber hier mein ILS rechts auf dem Bildschirm das ist rechts von der Bahn auf jeden Fall irgendwie bin ich nicht genau auf dem ILS ach, da hinten ist die Bahn zu erahnen also war ich doch noch nicht zu hoch ja, aber du bist ja, aber du hättest den schon kriegen müssen das ist das das ist das, was ich auch so sehe, ja lass den jetzt erstmal auf 1000 Fuß ist ja jetzt wurscht und dann guckst du mal und dann schalte ich dann zur Not um auf Manuel im schlimmsten Fall machst du Manuel, genau also die Bahn seh ich jetzt schon Tatsache auch das sieht doch super aus Tatsache ich geh jetzt auf Manuel ich geh einfach Manuel ja, ja da geht echt die Sonne auf was ist denn das denn das Szenario hier ist einfach nur Orbex ja sieht schon ganz schön gut aus ich verstehe das nicht warum der das bei dir nicht gescheit macht ich verstehe es nicht oh, warte, ne es hat die letzten Tage immer geklappt ok das ist jetzt wirklich mal eine Ausnahme ok guck mal hier von Papi-Lights her ist das auch machbar ja, du bist im Moment bist du einfach im Moment bist du ein bisschen zu tief noch du musst du halten jetzt und dann müsstest du nur gleich mit runter drücken bei 140 Knoten müsstest du so 700, 650, 700 Fuß haben naja das sieht doch perfekt aus bei dir ja im Moment sieht es wirklich aus ich geh mal ein bisschen in eine andere Ansicht an deinem Außenfenster ein bisschen weiter weg du bist schon manuell, ne? ich bin schon ja, es ist manuell, mhm das sieht man auch daran, dass ich so leicht verziehe du musst, ich, du, ne du musst nach rechts du musst nach rechts du musst nach rechts du musst nach rechts ne, ich, ne, meine ich ja ok so ein bisschen nach links versetzt genau aber das sieht doch alles gut aus du bist genau im Leitpfad drin ja, ja, ja das schruggelt nur wie scheiße das ist bei dem Airport bei mir auch sieht nicht so wirklich flüssig aus wie weißt du noch die Landung in, 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 in wo das so ganz krass war hier ich kann grad nicht Kai Tak Kai Tak war das ja, aber das hast du ja trotzdem so gut hinbekommen ja, ja, das ging hab ich ich weiß grad gar nicht, ob ich meine Landelites Landelichter angemacht hab ja, hauptsache Fahrwerk ist draußen du hast ja, da ist irgendwas an auf jeden Fall ja, 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 ja das sind glaub ich keine Landinglights doch, doch, das sind die Landelichter ja 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 das verifiziere ich jo ne, waren's nicht ok hast aber eine Bombe hast aber eine Bombe hör mal 235 Fuß erst rein das ist ausreichend, ja ja, ist doch gut vor allem bei dem Wetter musst du ein bisschen härter aufsetzen ist doch super oh ja ich hab die Bremsen wieder durchgezogen bis zum bitteren Ende ich glaub du könntest ganz ehrlich ich würd die Autobreaks wenn ich so leicht bin ich würd die gar nicht anmachen das mach ich bei der Concorde auch eigentlich nur wenn ich schwerer bin und das kommt ja eh so gut wie nie vor eigentlich weil du bleibst du schaffst das so schnell gar nicht die Checklist abzuarbeiten bis du bei Autobreak bist steht das Ding schon ja weil normalerweise nimmst du die ja raus sobald du dann Spoilers draußen hast und dann nimmst du die Autobreaks ja direkt weg einmal die Bremse antippen dann ist man halt da raus, ne? ja ja, oder genau oder die Bremse antippen das geht auch so mach ich das immer ich hab halt nur grad auf Overhead Panel ja ja, das ist ja das, genau war doch ne gute Landung ich fand's auch war völlig okay ein bisschen ausreichend ja total akzeptabel man muss auch immer die Frames da ein bisschen mit einbeziehen finde ich das ist halt nicht ganz einfach anders so ein bisschen wo bist du denn? ach du fliegst die KLM, ne? ich flieg' KLM, ja ich hab hier mal so ne Außenansicht gemacht oder macht einer von Katar nach Dubai einen kurzen kurzen Flug KLM 256 oder fliegt jetzt auch vorläufig nichts mehr nach Dubai aber du kommst fast dem noch eher an, oder? ich weiß es nicht könnte sein, ja obwohl ungefähr der Weg dürfte ungefähr das Doppelte für dich sein, oder? grob steht das nicht da irgendwo zu destination irgendwie was bla ne ich hab noch warte mal 1100 nautische Meilen hab ich noch na ich weiß es nicht ich weiß nicht genau wo ich das dann nachschreiben kann Gott, was gibt's denn hier alles an Gates Terminal? ich muss zu Terminal 1 eigentlich ja da gibt's einige da wir sind wir sind auf die Minute genau gleich online ne ich hab 2 2 Stunden 37 ne 2 Stunden 32 hab ich du hast 2 Stunden 37 jetzt nur 5 Minuten ja los das ist los change parking facility ich möchte gern bist du schon am Geld? hello 6 welcome back ich hab mich wieder verklickt so ey mein Mist hier wenn der 6 2 Grad bei mir dann ist der Zeug zum Renterset jetzt bei dir die 3, die 3 die nach Dubai fliegen der Erste hat's geschafft Gate A aber ist schon schön, wenn jetzt die Sonne aufgeht, dann wird's ein bisschen heller die Christen-Kolome ich weiß gar nicht, wie Speis bei mir ist das ist schon dieses Viertel nach zwei dann ist es grad ein bisschen angenehmer ja ich hab doch irgendwo hab ich hier glaub ich local time 4.32 hab ich's Kannst du mal kurz in der Außenansicht machen, bitte? ich? ja ich muss ja nur immer auf stumm schalten, weil das Ding sonst so laut ist ich hab auch schon den Ton runter gestellt ich find die, 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 die Sterne sind so geil mhm, die Milchstraße boah, das ist so cool das sieht so genial aus hat man auch schöne Frames da oben, ne? ja, das ist ganz gut ich hab aber in der Außenansicht sowieso immer gute Frames also in der Außenansicht hab ich locker immer so um die 50, 40, 50 Frames das Cockpit was da ist das, dieses analoge Cockpit, diese ganzen Uhren, dieses, dieser Uhrenleiter da mit den ganzen analogen Anzeigen und alles bewegt sich ja auch da, ne? du hast ja noch richtig viele Zuschauer ja wundert wundert mich wundert mich eigentlich auch, ne? naja, du bist, äh, der Renter ich hattest sogar Moderator mhm auch wenn ich das noch nie in irgendeiner Form genutzt habe ja, ich weiß gar nicht, was bringt einem das? ja, du kannst Leute zum Beispiel dann halt jemand kippen an oder kicken wenn irgendwelche Spammer da sind oder so musste ich glaube ich noch nie machen ich hab mal einen irgendwie, einmal hab ich mal ermahnt, aber wie bist denn du eigentlich auf den Flughafen da gekommen in Zypern? kanntest du den? oder warum? das war ich ich hab auf WebEye geguckt was, äh, also wir haben auf WebEye geguckt, welcher Flughafen so in der Nähe ist, dass es, äh, nicht so lange dauert der Flug nicht so lange ja, wir das sind ja auch 3 Stunden wir hatten, wir hatten vorher, äh, ähm, wolltest du von, von wo aus wolltest du? von Leipzig aus tatsächlich? oder von München? ich wollte von Leipzig aus ja 6 Stunden, 40 Minuten gedauert das wird doch auch schon eng, oder? mit Fuel das wäre gegangen tatsächlich, aber es wäre eng gewesen, ja ich hab die Maschine ja so schon voll gemacht ich bin mal gespannt, wie ich landen werde auf Zypern, ich hatte es gerade dem, dem Matthias schon erzählt, auf Zypern hatte ich mal so eine, ähm, hab ich Urlaub gemacht da hab ich in, Paphos war das, ne, in Lanarka, glaube ich, so eine Landung gehabt, die war echt unter aller Sau ah, mhm naja, kanntest du den Flughafen? das ist, ja, ja, genau der Flughafen liegt ja an so einer, an so einer Bergklippe an so einem, genau, am, 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 am Meer praktisch und der Landeanflug sah eigentlich, war, oder fühlte sich, ich mein, er sitzt hinten, ich glaube ich hab hinter der Tragfläche gesessen und es sah eigentlich auch alles ganz tutti aus und dann hat er aber so kurz vorm Aufsetzen hat er so eine so einen, so einen Seitenwind nochmal richtig ordentlich gekriegt und dann hast du nur gemerkt, wie der rechte Flügel aber wirklich extremst nach unten gegangen ist und ich hab schon krachen hören eigentlich dann hat er das Ding aber gefangen und dann hat er den aber runtergedrückt mit aller Gewalt und ist dann natürlich viel zu spät, viel zu schnell aufgesetzt eigentlich und dann sind dann oben die Gepäckklappen sind alle auf, oder einige aufgegangen da flog dann erstmal das Gepäck durch die Gegend und nachdem er dann unten war, hat er dann wirklich alles rausgeholt, was an Bremsen irgendwie zu machen war ist dann mit qualmenden, stehenden Reifen stehen geblieben von hinten nach vorne ist so ein, ähm, so ein, so ein, so ein, so ein Servierwagen gerollt quer durch die, durch die Mitte durch und, ach ich, da flog alles, ich weiß nicht, Gepäckstücke sind da quer durch die, durch die Bude geflogen und ich weiß nicht was und der ist so knapp hinten stehen geblieben, dass die ein Pushback-Fahrzeug holen mussten, um den zurückzuschieben also ich schätze mal, dass der vielleicht noch zwei oder zweieinhalb Meter Landebahn überhatte mehr war das nicht mehr, also das wird, also ich denke mal, das war extremst wenig, weil sonst drehen die ja wirklich fast auf der Stelle aber der muss so weit hinten gestanden haben, dass der nicht mehr drehen konnte wir haben wirklich eine gute dreiviertel Stunde auf dem Runway gestanden und mussten warten, bis wir mit so einem Eutochen zurückgedrückt wurden da Hast du mal nachgeschaut irgendwie hinterher, ob es da irgendwas gab, ein Protokoll dazu, zu dem Vorfall? Ja, das ist traurig, ich war da einfach zu jung für, ich war da irgendwie, weiß ich nicht, so 13, 12, 13, da warst du ja jetzt noch nicht also ich hatte zwar schon so ein bisschen Dunst vom Fliegen und so, aber jetzt nicht so dafür interessiert, aber das wird auf jeden Fall Nachspiel gehabt haben, denke ich, also der hätte definitiv durchstarten müssen, das war, das war nicht, das war keine weise, das war keine weise Entscheidung, die er da getroffen hat Es gibt ja hier, ich weiß nicht, von dem Luftfahrtbundesamt irgendwas, die Internetseite, da kann man sich auch alle möglichen Vorfälle anschauen Ja, ja, genau, da müsste man einfach mal gucken, ob das da mit drin steht Aber du hast halt gemerkt, oh, hallo Hemdihem, tschüss Hemdihem, wer gesagt Verklickt Ich hab, ich hab, ähm, ja, das müsste, wär echt mal interessant, ich müsste mal gucken, wann der Flug gewesen ist, so in welchem, ja, dann könnte man da echt mal durchklicken Aber der hätte definitiv durchstarten müssen, das war, vor allem hat der aufgesetzt, das war, das hat gerappelt, das hat gekracht Ja, das fühlte sich Da haben die Leute wahrscheinlich geschrien, oder? Ne, es war totenstille im Flugzeug Da hat keiner auch nur ein Mucks nicht gesagt Aber es hat auch keiner geklatscht Es gab auch keine lustige Stewardessen-Ansage Ich glaub, die waren alle froh, dass das Ding dann gestanden hat Die haben dann halt nur gesagt, ja, aufgrund dessen Also, die haben es irgendwie so blöd umschrieben Ja, man sagt ja, aufgrund der harten Landung müssen wir noch, äh, kurz hier auf dem Runway warten, bla 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 Aber du hast dann, ähm, aus der Position, wo ich gesessen hab, konntest du halt dieses Pushback-Auto sehen, was dann ums Flugzeug drum rum gefahren ist Naja Ja Passiert Ja, ist ja Wo ist denn jetzt mein, mein, äh, Follow-Me-Auto Stehst du da immer noch? Ne, ne, äh, ich bin einfach losgerollt und dann bekam, bekam ich die Meldung, dass das Auto hinter mir steht Hinter dir? Oh Genau, das ist so viel wie, dreh mal um, du Arsch Hinter dir ist schlecht Fahre ich mal kurz hier nochmal auf K zurück Meine Mutter und mein Bruder hatten mal in München, äh, Go-Around miterleben dürfen Oh Aber da wurde mein Bruder wohl ein bisschen schlecht auch Das, ja, Go-Around ist ekelhaft, das ist ganz, ganz eklig Ja Hast du auch schon erlebt, oder was? In Go-Around hatte ich auch schon, ja In Dortmund Das ist, weil, in Dortmund passiert das häufiger mal, weil die Landebahn halt sehr kurz ist und dann Wenn die da wirklich im falschen Wenn die auch nur das Gefühl haben, dass sie zwei Meter zu weit hinten aufsetzen, dann ziehen die da echt durch Ist da sicherer, ne? Ja, spricht, ich finde es spricht auch im Grunde ja nichts gegen den Go-Around eigentlich Ne, ne Klar, für die Passagiere ist es blöd, für die Fluglinie ist es blöd, es kostet Sprit, aber Bevor irgend Schlimmeres passiert Weißt du, in Dortmund ist ja auch schon das ein oder andere Flugzeug mal über die Landebahn hinausgerutscht, also Naja Die stehen dann immer in der Wiese Und müssen dann irgendwie kompliziert wieder zurückgezogen werden Dafür gibt's ja Wiese, ne? Genau Ach, jetzt ist da noch ein zweiter, guck mal, der fliegt zurück Ich will die Kurt nicht mehr zurück, versprochen Das hab ich mir schon gedacht Ich glaub ich hab, ich bin bald bei meinem, bei meinem, bei meinem TOD, ja Muss mal gucken Was? Nee, das kann nicht sein Achso, nee, bei dir schon früher, oder? Drei nach vier Ja, ist ja auch doppelt Ja, ungefähr bei Wegpunkt vier Zwei nach drei, sind 3,3 Minuten noch Und nach Wegpunkt vier sind's 600 nautische Meilen Das sind ungefähr 20 Minuten vielleicht, ne? Ich seh mich schon am Ende alleine da sitzen Gufa besteht Gufa besteht Also zwei Stunden, also ich flieg noch ne gute Stunde Von jetzt an Hi DB Vetter Welcome on Bord Und jetzt ist mein Follow-Me endlich da Ist nicht wahr Die sind doch sonst immer so... Der ist doch sonst immer so schnell Jaja, die sind immer so schnell Oh, acht Zuschauer, guck dir das an Und das mit einer Concorde So, das mit einem Flugsimulator, mein ich So Sechs Das mag mit einer Concorde, das heißt nichts ungewöhnliches Nö, das stimmt Sechshundert und siebenhundert Kilo Ich kann auch leider im Flug meinen Kostindex nicht mehr Abändern anscheinend Okay Sonst hätte ich den mal auf 300 oder so gestellt Hätte ich auch Fuel abgebaut Das stimmt Das ist aber fun, mal so geschaut, was da geht Was ist das denn, dieser Kostindex? Den Autopiloten manuell auf die Höhere Geschwindigkeit setzen Die EAS Was ist denn ein Kostindex, bitte? Also Speed quasi, ne, einfach mal Kostindex ist, äh, so ne Kosten-Nutzen-Verhältnis von Geschwindigkeit und Äh, Effizienz sozusagen Okay Je höher die Nummer, desto schlechter, oder was? Genau Nur dann hab ich ja irgendwie 50.000, keine Ahnung, irgendwas wahrscheinlich Ich bin nicht, es gibt auch ein theoretisches Maximum auf jeden Fall Also 50.000 geht's zum Glück nicht, aber Ich fliege Concorde Da merkt man halt in ein Staaten wie Dubai, wo man, äh, die selber eher Öl günstig herstellen Die fliegen halt immer mit nem Kostindex von über 100 Okay 200 sogar Und, äh, in unseren Breiten sind halt Kostindex zwischen 20 und 40 normal Aha, okay Soll ich mal, meinst du quasi in den Autopiloten einfach selber an Speed eindrehen? Genau Ich bin ja froh, dass ich das nicht machen muss Ich geb einfach immer Vollgas Ahja Ich hab, äh, Concorde ist, komm bei der Concorde Also ich hab jetzt Seit dem Start die Triebwerke nicht mehr gedrosselt Ich drossel die gleich das erste Mal, wenn ich in den Descent geh Okay, ich kann höchstens bis auf Mach 0,84 gehen Darüber geht nix Ja Dann fängst Immerhin Dann fängst es an zu rappeln wahrscheinlich Ja, oder die Maschine bricht auseinander Ja Soll ich mal hier Ich mach mal wieder Seatbelt Signs an Wir wollen schneller ankommen Ich mach auch mal profilaktisch meine Brake-Fans an Ahja Das ist bei der Concorde auch Standard eigentlich Die sind beim Taxi Die Brakes sind immer noch arm, what the fuck Ja Ich weiß nicht, wie man die entarmen kann Mit welchem Tastendruck Ich muss die zurückziehen irgendwie Egal Quads, welcome back Ich muss aufpassen, dass ich die so schnell bin So, ich muss mal eben Ich muss mal eben einen kurzen Trip auf die gekachelten Räumlichkeiten machen So, ich hab jetzt einen Ground Speed von 524 Ach cool, ich hab jetzt noch einen Traffic bekommen Der hier gelandet ist Ja? Ich seh ihn halt leider nicht Ich seh ihn nur in dem Battle Mav Battle Nav Map Programm Ist aber gefährlich, wenn du den nicht siehst Ja, theoretisch, ja Ich seh ihn ja zumindest im T-Cast dann Ja Apropos T-Cast Ne, ich seh ihn nicht mehr Weil ich jetzt mein Quark aufs den Ball Und er sein wahrscheinlich auch schon aufs den Ball gesetzt hat Oh, jetzt hab ich ihn Wo sind die jetzt hingerollt? Ach, wo ist denn meine Maus? Knoten in Karmhammer Mal schauen, wie viel das ist, was ich hier fliege Ich kann da immer mit den Knoten nicht ganz so viel anfangen Hm Klar, das Problem kenn ich Ja, 966 Stundenkilometer Mit mehr Rückenwind wird man mehr schaffen, ne? Da kommt man dann über 1000 drüber Wahrscheinlich, ja Wenn man da nach Amerika fliegt, dann schafft man das, glaub ich, öfter Wenn man einen richtigen Jetstream erwischt Hatte ich mich damals sehr gewundert als Kind, als wir da hingeflogen sind Dann hab ich davor nachgeschaut, wie schnell die Maschinen fliegen dürfen Hm Und da steht ja dann, glaub ich, nur der True Airspeed oder sowas, ne? Ja Also, und dann steht halt da irgendwas von 900 oder so Und dann sieht man da selber, dass das Teil über 1000 fliegt, ne? Ja Und dann denkt man sich auch, was? Darf er das? Aber wirklich über die Schalkgrenze kommen die ja, glaub ich, trotzdem nicht Ne, das schaffen die nicht Weil die könnten, ja, bis auf Mach 0,9 oder so, glaub ich, denk Wenn überhaupt Gott, ist Dubai riesig, ey, Hammer Das, was ist die Idee für mich, sag ich mal, der ist das, glaube ich, der ist hier im Haus Ich halt nicht mehr in irgendeinem Platzplatz nehmen sollen und der ist die Kunststückchen Wieder da Hallo Wieso? Ich habe mir gerade ein Stück Fleischwurst geholt. Fleischwurst? Ja. Das erinnert mich an der Lügendetektor 3000, als ihr den kennt. Hä? Wieso? Warum? Gib mal auf YouTube einen Lügendetektor 3000 oder so. Sehr, sehr, sehr lustiger, kurzer Bot. Oder Sketch. Immer wenn ich bei meinem Großalter bin, lasse ich mir auch mal Fleischwurst und so. Und diese Mettwurst, die Gerne. Obwohl nicht ich... Also früher habe ich sie gegessen, jetzt bin ich eher vegetarisch unterwegs. Echt? Boah, ne, könnte... Also ganz ehrlich, könnte ich nicht. Könnte ich, glaube ich, echt nicht. Ich habe auch früher richtig viel Fleisch gegessen. Und jetzt hat... Ich bin nicht wirklich Vegetarier, weil ich... Wenn ich auswärts esse, weil das oft schwierig ist. Dann mache ich da Ausnahmen. Aber zu Hause... Freiwilliger Vegetarier, sozusagen. Was ist das denn hier? Hast du das gesehen? Isabella P3D? Ne. Das ist ein Kanal hier. Das ist ja interessant. Ist das jetzt echt mal ein Mädchen, was streamt? Automat 3000 oder... Äh, Lügendetektor. Ach Gott. Ja, sorry. Lügendetektor. Ja, so ähnlich. Ja. Ah, Lügendetektor. 3000. Ich glaube, die... Ich glaube, die folge ich doch erstmal. Ist interessant. Wem? Ne, ich habe gerade... Einer, einer weiblichen Streamerin... Flugsimulator... Scheinbar. Fröschbleicht. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Das habe ich nur gedacht. Boah, jetzt werde fertig, Junge. Was habe ich denn noch für ein Gate ausgewählt? Das geht ja gar nicht. Ich muss mir die... Den Airport gleich erstmal angucken. Also in etwa einer halben Stunde beginne ich mit meinem Descent. Ich schaue gerade in den Film da. Bist du schon... Bist du schon abgemeldet? Nö. Bin ich nicht. Du wirst nicht mehr angezeigt. Ach, du hast deinen Squawk aus, ne? Aufs den Fall. Eigentlich sollte ich Steuerung C drücken und den Rechner runterfahren, aber ihr wisst ja, wie das ist. Ach, da hinten. Rollst du immer noch? Ich habe versehentlich den allerletzten Ausdruck in dem Ding ausgewählt. Ach, du Scheiße. Heute suche ich mir eine Außenansicht. Das mache ich nicht nochmal vom Cockpit jetzt. Aber mit EZ-Doc muss ich es erst einkriegen. Oder ich halte es dafür einfach kurz aus, das EZ-Doc. So, 20 Tonnen Sprit habe ich noch. Das reicht dicke. Ach komm, mache ich schon mal ein bisschen Decent-Vorbereitung. Boah, du blödes Ruckelvieh. Initial Altitude ist 200. Dieses, meinst du dieses Bouncen? Das ist normal bei dem A320. So, dann. Ich meine eigentlich meine Frames. Achso. Das liegt, glaube ich, am Airport. Was meinst du mit Bouncen? Dass der vorne so das Buch gerade so auf und ab wippt. Achso. 142. Nein, ich will doch nicht stehenbleiben. Nein. Äh. 149. 152. 152. Und... 172. 172. Setet. Tet. So, dann gucke ich mir jetzt auch mal das Dubai-Ding an hier. Mhm. Bist du gerade beim Einparken? Ja. Ist extra in die Außen-Ansicht gegangen. Ich mach das auch immer. Solange du keinen Einweiser... Naja, stimmt. Wenn du keinen Einweiser hast, geht das nicht anders. Ich nehme das immer so aus als Herausforderung. Mhm. Das ist mir zu heikel. Ja, das ist zwar heute nicht perfekt, aber es war besser als gestern. Ja, das war doch schon gut. Ja, aber er wird nicht Macarena tanzen. Was? Der tanzt Macarena? Wenn man 0-0 schafft. Echt? Dann macht er erst einen Macarena-Tanz und danach... Danach verbeugt er sich. Ist ja geil. Ähm. Der wird auch keinen Macarena-Tanz machen, wenn du noch das Taxi-Light anhättest. Ja. Ich glaub, man macht das doch davor aus, oder? Bevor man... Ja, normalerweise, ja. Ja, das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob er das wirklich merkt. Ja, ja. An welchem Gate stehst du jetzt da bitte? Gate 1, 2 da hinten drüber? Ich hab keine Ahnung. Das ist Gate 1000 bei dem Freakart. Es geht da einfach nur weg. Aber er sagt nicht, this wasn't a very sad bla bla bla. Oder er hat was gesagt und ich hab's nicht gesehen. Wie sehen denn die aktuellen Winddaten aus von dem... Achso, Parking Break. Den ELS könnte ich mir auch schon mal eintippen. Warte mal, da muss ich aber erst gucken. Was haben wir denn für ein Wetter da? Mittlerweile... Du bist auch schon vor mir da. Möglich, ja. Da haben wir dich eingestiftet wieder zu was, ne? Ja. Ich hab halt ewig gebrochen, um das ganze Zeug da reinzuladen in den FMC und so. Das... Die Maschine zu starten. So. 80, 5 Knoten. Ne, weißt du, da mach ich ihn direkt an. Flug Arschlecken. Ganz ehrlich. Den... Den Bogen spar ich mir. Das mach ich nicht. Nicht für 5 Knoten. Dort ist albern. Ich glaub, wenn dir das nicht einigermaßen gut ist, werd ich da auch manuell ein bisschen abkürzen. Ja, ich will's jetzt nicht unbedingt abkürzen, aber ich... Ich tue mir jetzt da den... Ich müsste... Ich komme ja von unten. Ich müsste jetzt einmal ganz rumfliegen. Das tue ich mir jetzt nicht an. Das mache ich nicht. Dann mache ich jetzt einen direkten Einflug und gut ist... Dann brauche ich nur die in den ELS von... Das ist 111.30. Dann nehme ich 30 links. Die ist auch schön da an den Gates dran. Und wenn ich Glück habe, komme ich bei... K5 schon zum Stehen. Wenn ich hier meine Map auf 320 Meilen stelle, sichtweite, dann kann ich auch schon meinen Top of Descent erkennen. Ja gut, den muss ich selber errechnen. Weil der stimmt von der Berechnung her hier in dem Programm nicht bei mir. K2O. 59.340 Fuß. Das geht schon wieder steil auf die 60.000 zu. Ich würde wirklich mal interessieren, was du für Frames bekommst in X-Plane. Mit der GTX 1080 und deinem E5. Ja. Weil ich glaube, das wird wirklich... Müssen wir da richtig auftreten können auch. Von der Grafik her. Das werden wir dann mal ausprobieren. Hast du dir das Video mit diesem Prozessor, mit diesem uralten Prozessor angeguckt? Äh, nee, habe ich nicht. Bin ich irgendwie nicht dazu angeguckt. Ja, macht nichts. Musste, musste man machen. So. So. Ach, die können das Gepäck auch ohne mich... Ich fahre jetzt hier Kiste aus. Mach die Kiste aus. Ja, mach das. Leg dich hin. Alles andere ist... Haben wir schon gleich drei. Jo. Du hast Stream beendet, äh... Ja. Ne? Okay. Oh, meine Festplatte klingt gruselig. Klack, 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 klack. Hm. Hol die Software. Hol mal lieber deine Daten da runter. Ich muss jetzt mal ausfüllen, welche das wirklich ist. Jo. Oh, da ist die Sonne aufgegangen. Jetzt ist es da. Was kommt dir das an? Also gut, ihr Lieben. Dann gute Nacht. Jo, gute Nacht. Kommst du irgendwann wieder, bevor du dein Kind... Also... Das weiß ich nicht, wenn du heimkommst. Ja, das ist... Wenn... Dann werde ich für die nächsten drei Jahre nicht mehr sehen. Nein, ich glaube, so schlimm wird das nicht. Ich... Sucht bleibt Sucht. Was willst du denn da machen? Ich glaube, er wird ja immer wieder mal im Discord auch da sein dann. Nee, ach, das Kind, das schläft ja auch. Oder er muss auch mal nachts rumgetragen werden, damit es ruhig bleibt. Ach, keine Ahnung. Das wird schon irgendwie... Werden wir hier gefunden, wie immer. Hauptsache ist erstmal, dass alle gesandt sind. Jo, dann dir auch noch einen guten... Ja, danke. Danke. Gute Nacht. Jo. Jo. Schönen Tag morgen. Heute. Später. Oh Gott, ja. Viel Spaß bei den Fotos. Du musst möglichst kalt duschen, dann geht das. Ja, ich versuche dran zu denken. Ich mache das immer... Ich muss das immer kälter drehen. Und dann irgendwann, wenn es nicht mehr weitergeht, dann bleibst du noch so eine Minute drunter stehen. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Ich drehe es immer wärmer. Das ist eine Übungssache. Okay, gute Nacht, ne? Tschüss. Ciao. Ja, das ist doch echt nett. Wenn man so schön zusammen irgendwie fliegen kann, macht es dann doppelt so viel Spaß irgendwie. Ja, da hat man dann auch was zum Reden. Ja, genau. Ja, aber es ist teilweise, es ist ja wirklich... Also ich bin ja früher, bevor ich hier im Twitch war, bin ich echt immer alleine geflogen. Und abends für mich eine Kiste an und dann bin ich dann wirklich von A nach B alleine geflogen. Das ist... Für mich war das okay. Ist ja echt so ein Hobby bei mir. Aber ich muss zugeben, dass es schon schöner ist, wenn du dann irgendwie Leute hast, mit denen du dich dann noch unterhalten kannst oder die dann... Ja, finde ich auch. Ich glaube, wenn ich jetzt, bevor ich das alleine fliegen würde, würde ich wahrscheinlich in einem anderen Spiel spielen, wo ich mehr zu tun hätte. Ja gut, das ist klar beim Flugsimulator. Oder kürzere Strecken fliegen und wirklich... Oder Pattern-Training oder irgendwas machen. Ja, genau. Oder dann wirklich mit... Schauen, wo auf Iwao was los ist mit ATC und dahin gehen. Ja, das ist ja so das, wo ich... Das war bei Watsim halt nicht so. Da konntest du... Also ich fand Watsim auch irgendwie mal da... Ach, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass es bei Iwao einfach irgendwie schöner ist. Und ach, das fing so mit den Newbies schon an, da warst du immer so schief angeguckt und man hatte immer so das Gefühl, weißt du, wenn du mal... Ist ja klar, dass jeder... Macht ja Fehler, ne? Ja. Und dann war bei Watsim, haben die gleich mal ein Fass aufgemacht, ja. Ja. Ich finde das auch total witzig, wenn man da was falsch sagt, wenn die dann gleich rummeckern würden. Ja, ich meine, hallo, letztendlich... Ich meine, gut, okay, es soll natürlich schon so real wie möglich sein. Ja. Aber andersrum... Aber ich finde, in der Realität, da hast du auch nicht immer nur diese kompletten Standards. Das denkt man sich, glaube ich, immer. Aber da werden auch mal Nachfragen gestellt oder so, die jetzt halt außerhalb... Du musst... Na, die sind auch teilweise total lustig. Du musst dir mal... Genau. Musst dir mal auf YouTube, musst dir mal suchen, ATC New York oder so. Und dann gib mal... Das habe ich schon. Und dann gib mal Funny ein. Da lachst du dich teilweise echt krumm und schickig. Das ist echt göttlich. Das ist eigentlich viel... Göttlich. Viel realistischer, wenn da teilweise auch mal irgendwie... Genau. Ja, ja, genau. Deswegen. Oh, mein CG... Mein CG-Mekka schon... Ich würde mich da als ATC-Type freuen, weil das ist ja nochmal eine Herausforderung mehr quasi. Verstehst du? Ja, ja, richtig. Das wäre irgendwie langweilig, sogar wenn nur komplette Standard-Phrasen verwendet werden würden. Genau. Und ich bin ja das erste Mal da in Amsterdam und das einzige Mal richtig mit ATC geflogen. Und der Typ, der war auch komplett entspannt. Der hat mir da weitergeholfen. Ja, die sind total... Ja, genau. Und der hat gesagt, dass ich bei VFA-Flug an ein anderes Gate muss. Das habe ich dann erst mal nicht gefunden. Dann habe ich den gefragt, wo ich da hin muss. Hat es mir dann erklärt. Ja. Aber ich habe... Also, ich hätte das auch verstanden, wenn er gesagt hätte, dass ich das erst mal üben soll, bitte. Hätte ich verstanden. Also, wenn ich mir das theoretisch hätte durchlesen sollen. Ich hatte mir wirklich nur ja so eine PDF-Datei ausgedruckt... Also, nicht mal ausgedruckt, sondern zurechtgelegt mit den Phrasen, ne? Ja. Das probiert nachzusprechen. Aber das lernst du, dass umso öfter man das macht, umso besser... Ja. Umso besser wird es dann eigentlich. Mal das mit dem ATC selber machen, das würde ich auch ausprobieren. Also, dass du dann praktisch fungst. Ja. Das finde ich auch super. Und die andere Seite. Ich will ja eh mal mich bei den Fluglusten in real life bewerben. Okay. Okay. Oder werde ich mal ein bisschen abwarten. Mein Bruder wird sich da bald mal bewerben. Das ist bestimmt... Das ist mit Sicherheit ein interessanter Job auf jeden Fall. Ja. Ja, muss man auch mögen, ne? Ja, sicherlich. Letztendlich musst du ja alles mögen, irgendwie, was du... Ja. Was du arbeitest oder sowas in die Richtung... Das ist so schön, dass die Sonne jetzt aufgeht. Das ist Trauma. Ah ja. Und dann mit diesem A16. Ich glaube, die haben dann auch irgendwie die Nachttextur noch geändert. Das sieht richtig cool aus. Das hat bei dir alles blinkt. Das ist ja... Da würde ich erfolgt werden. Das ist... Ja, das ist jetzt... Ich pumpe gerade den Sprit nach vorne, damit mein CG wieder stimmt hier. Und hab jetzt ziemlich viele Pumpen gleichzeitig. Anders blöd ist halt, dass du... Du kannst von Tank 11 aus nicht direkt in Tank 5 und Tank 7 pumpen. Sondern musst erst in Tank 10 und dann in Tank 5 und 7. Und von Tank 5 und 7 geht's dann in den Tank 1 und 2 bei Tank 5 und von Tank 7 in Tank 3 und Tank 4. Deswegen blinkt jetzt alles, weil die eigentlich alle leer sind im Grunde. Ja. Und dann... Also mein Top of Design ist jetzt auch schon in Sicht. Sag ich jetzt mal. So jetzt... 120 Meilen oder so. Okay. So jetzt... Hört alles wieder auf zu blinken. Langsam, Stück für Stück. Stimmt mein CG jetzt wenigstens wieder. Gerade war das absolut irgendwie... Durcheinander. Lola for life. Welcome on board. Ja, ich brauch noch 13 Minuten. Bis zum Descent. In etwa etwas mehr. Ja, etwas mehr. Ja, ich werd noch mehr brauchen. Ja gut, ich bin aber auch höher als du, ne? Ja, aber wir sind... Ja, du bist... Ja, wir werden ungefähr... Ich werd gleich langsamer, ne? Ist ja klar. So im Descent dann 300... Wir werden ungefähr gleichzeitig ankommen. Wird ich 350 Knoten sein. Pass auf, ich fliege an. Nicht, dass wir uns da ins Gehänge kommen gleich. Ah ja. Sag mal Bescheid. Ich fliege an. Du wirst 12 rechts oder 12 links anfliegen. Ich fliege 30 links an. Ja, du fliegst 30 links an. Ich fliege 30 links an. Warte mal. Ey, ich kann von mir aus auch 30 rechts, also das... Ich fliege auch 30 links an. Ach du, fliegst du jetzt echt einen Bogen? Ja, ich fliege echt... Also hätte ich jetzt vorgehabt. ILS 30 links... Ja, okay, müsstest... Ja gut, okay, mir ist es egal. Ja, dann mach ich... Ist doch vollkommen egal, wenn wir uns da ein bisschen in die... Also wir werden uns nicht in die Quere kommen, das wird nicht passieren. Aha. Aber wenn wir uns so ein bisschen sehen... Ich hab schon Pferde kotzen sehen. Ne, pass auf, dann stell ich mir jetzt die... Die ILS 111 30 ist es übrigens, falls du es wissen musst. 111 30... Ich werd mal schauen, ob das so... Ob der ist... Ah, das ist eh schon eingestellt bei mir. Ah, guck. Das hat der schon gemacht. Okay, ja, ich hab's jetzt gemacht. Das ist ja lustig, Mensch. Das kann ich jetzt schon feiern, wenn wir da ungefähr gleichzeitig ankommen. Welchen Approach fliegst du? Welchen... Star ist das? Ich hab... Ich fliege jetzt wirklich... Ich mach jetzt Trade-In gleich. Ich mach mir eine Priority heute. Ich hab eine D9C ausgewählt. Die... Da müsste ich jetzt das Chart versuchen. Ich hatte mir ursprünglich eine rausgesucht für... Warte, ich kann hier im WebEye schauen, da hast du es ja reingeschrieben. Ne, da steht nur meine Route drin. Ach, der letzte Punkt ist nicht bei dir. Ich glaub, ich hab da sogar... Meine... Ja, ich hab da mit... ImDat... Ist dein letzter Punkt... Der letzter Punkt... ImLot. Okay, meiner ist ImDat. Und ich hab dann gleich noch den Star reingeschrieben. Oder was ist es? Ja, du hast ja noch irgendwie... Nö, das kannst du schon machen. Nur ich hab ja... Wie gesagt, ich hab jetzt für mich keine Approach geplant. Wo drüber fliegst du denn? Du müsstest irgendwie über Ost hin, dann flieg... Ne, über... Obel, Obel, Obnel, Obnel... Warte... Obnel... Ich fliege... Obnel, Ordel, Psor, wo wahrscheinlich irgendwas die Ecke da... Ech... Modus... Modus... Ist das... Septu... Uldut... Was sind die denn? Ich glaub, es ist ein bisschen älteres Eric. Ach, okay. Dann hab ich dich vielleicht schon gar nicht mehr. Das ist nämlich das... Das ist das Problem bei dem... Bei dem Sid gewesen, was ich mir eigentlich ausgesucht hatte. Ja. Das, ähm... Funktionierte da nämlich auch nicht. Weil ich hab die... Die Wegpunkte... Ich hab mir die aktuellen die Tage mal runtergeladen. Und, äh... Verweise stimmen die da nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wie ich hier das aktuelle Eric draufbekomme. Ja gut, bei... Bei... Bei X-Plane... Bei X-Plane weiß ich es auch nicht. Muss ich mal nachschauen. Aber interessiert mich grad auch nicht so sehr. Nö, das ist ja... Weil die unterscheiden sich nicht groß. Die ändern... Nur ihren Namen. So, jetzt müsste ich eigentlich fast... Oh! Shit! Verdammt. Ich bin... Nee, ich bin über 60.000 Fuß. Schau mal, der Six ist bei dir. Carfitz. Oh, Carfitz! Welcome on board! Der ist immer noch da, ne? Ja, ich... Ich weiß nicht, ob der noch... Und... DB Vetter ist bei mir auch noch. DB Vetter. Ja, der ist oft dabei. Abends oder morgens. Spät. Guten Abend an alle. Hm. Ich kann ja mal Alt-ACQ machen, dann... Du müsstest dem Stream fast mal zeigen, wie wir fast rechtzeitig da ankommen. Aber das ist schwierig. Das ist damit... Mit... Mit allem möglichen... Bildschirm-Modus und so. Drei nach vier. Warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken hier. Alter, ich erreiche meinen Top-of-Descent in 80 Meilen. Das müssten in ein paar Minuten sein. Ich hab das Doppelte, 160 Meilen. Aber wie gesagt, ich werde ja länger... Ja. Obwohl ich aber... Ich weiß es nicht. Meine Flugzeit stimmt eigentlich. Ich brauch noch eine halbe Stunde. Ich werde eine halbe Stunde aufsetzen, ungefähr. Ja. Aber ich glaube, ich werde... Ja. Ich weiß es nicht. 244. Ich muss mal eben ausrechnen, wann ich meinen Descent tatsächlich anfangen muss. Warte mal. Taschenrechner. Ich hab ein Binnen. Ich... Ich mach mein Flugzeug mal ganz schnell leichter. Ich erleichtere das Ding mal ein bisschen, ein paar Tonnen. Ich bin auf 60.000 Fuß. Warum steigt der denn jetzt? Ist der doof? Der soll nicht steigen. Das ist das geil. Mich den grad ein bisschen durcheinander gebracht hat, indem ich den Flieger leicht gemacht habe. Warum? Ach so. Ich hab den jetzt in der Luft einfach mal... ...leicht gemacht. Ähm, was wollte ich jetzt? Ah, ich wollte mein... ...mein... ...mein Descent. Genau, da muss ich einmal... ...Temperatur gucken. Temperatur. Isar ist... ...Temperature warmer than Isar minus 10. Ist das wärmer oder kälter? Wärmer. Dann brauche ich 220 nautische Meilen für den Descent. Ähm... ...220 minus 96. Das ist das letzte... ...das letzte Lag. Dann muss ich 124... ...vor Waypoint 5... ...124 nautische Meilen... ...before Waypoint 5. Dann passt es. Weißt du, was Crossbait bedeutet, genau? Was, was? Crossbait. G-R-O-S-S-E-T. Ne. Keine Ahnung. Ist denn sonst noch einer... ...bei uns unten da? Ne. Ist ja kein... ...kein Schwein. Noch nicht mal welche, die annähernd... ...nacht dahin wollen, wo wir sind. Ich werde jetzt mal was reinschreiben. Ich schreibe da gar nichts. Das lohnt sich. Es ist ja eh keiner in der Nähe. Ja. Lohnt sich ja im Endeffekt nur dann... ...wenn dir irgendeiner im Wege ist. Top of Descent for... ...O-M-D-B. Top of Descent for... ...O-M-D-B. ...Approach... ...on... ...30... ...Dings. Du musst noch seinen Namen dahinter schreiben, oder? Dein Call-Sign, ja. Ja. So. Und? Siehst du das gleich? Ich bin mal gespannt, ob das siehst. Hm, wahrscheinlich nicht, weil ich ja völlig aus einer anderen Richtung komme. Ah, okay. So, was habe ich noch an Sprit? Oh ja, langsam wird's Zeit. 14 Tonnen noch. Ich habe jetzt nur 6,7 Tonnen. Wenn ich die jetzt noch hätte, würde ich's definitiv nicht mehr schaffen. Ah ja, da kommt. Da kommt mein Punkt. Langsam an. Ich muss hier vielleicht meine Checkliste wieder bereitlegen. Die hab' ich meine auch schon ausgepackt, hier. Kleine. Schon, schon, schon so ein bisschen abgearbeitet, sogar. So die, die einfachen Sachen. Ja. Descent Preparations beginnt... ...13, 9, particular months before descent. Airport Meta Information. Hm. Autobrakes. Die könnte ich mir auch nochmal holen. Top of Descent. Set me for... Bina, will descent out to make the play? Okay. Ich glaube, ich könnte schon mal... Ich drehe schon mal meine Altitude runter. Bevor ich das vergessen. Das musste man beim Airbus immer tun, bei Airbus auch. Mit der... So. Actual Wind Data is 0,8005 Nots. Hast du... ...Q&H von... ...Ähm... ...Zero, ninder, 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 fife. Oh. Mhm. Das ist aber wenig. Das ist aber echt wenig. Ich hoffe mal, dass... ...das passt bei mir auch. Man müsste, oder? Was hast du denn für eine Wetter-Engine? Äh... Die vor einem X-Plane. Äh... ...das einstellen können, oder? Radio... Ah, hier kann man das Radio einstellen. Auf 200. Das ist wieviel... ...knoten, wieviel Dinger sind da... ...148... ...124... Ah, das hätt' ich auch so machen können. Die LS-Frequenz hab' ich auch. Die LS-Kurs. Puh. Ah, kann ich dir sagen. Moment. Stimmt. Den sollten wir noch... Äh... ...299. 299. Ja. Drehe ich dann auch mal beim... ...Heading ein. Muss ich auch noch machen. Gut, dass du's sagst. Ich hätt' mich gleich wieder gewundert, warum die Nadel so schief ist. Ja, ich geh' hier grad' die Checkliste durch. HGS Settings. Road Primary. 124. Ultimeter, we adjust. Under 18... ...1000 feet. Landing lights on... ...one return of lights on... ...spoilers abend. Okay. Hab' ich alles nicht. Schnick-Schnack. Spoiler. Wer braucht schon Spoiler? So. Runway Lens. Achso, dass wir ja alles wissen. Ich weiß es nicht, wie lang meine Runway ist und wo ich das noch eintragen muss. Brauch' ich auch nicht. Runway Länge? Hm. Ähm... Ja, das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden, tatsächlich. Ich bräuch' jetzt, glaub' ich, in Fuß und in Metern. Eieiei. Das ist schon so ne... Mal schauen, ob ich das überhaupt... Ähm... ...13.143 Fuß. 13.141... 43, ja gut. Ja, 43, ab. Ähm, tja. Also in Metern hab' ich's jetzt nicht. Ja, ja, ist egal. Das wird irgendwas. Wahrscheinlich um die 4,5 oder was sein. Oder 4. Ich weiß nicht, wie ich das hier eingeben muss. Ganz ehrlich. Da steht einmal Feed und einmal dann dahinter Meta. Freie Plätze und bei dem Meta 4. Oh. Äh. Alt Hold. Auto Throttle Off. Und auf N294. So, ich geh' jetzt auch auf, ähm... Ich lass' es jetzt wieder bei meinem alten Speed, damit er das... ...gleich alles richtig macht, vom Speed her. So. Fuel nach vorne pumpen. Die schon mal wieder anmachen. Sehr gut. Ach, der ist leer, der Tank. Guck mal. Naja, das ist nicht so schlimm. Jetzt muss ich mal bei dir rumschauen. Da geht alles gut. Ich glaub, das ist bei uns beiden stressig gleich. Ja, das wird so sein. So. Ähm. Was lachst du? Das ist auch das Speed. Was denn? Dein Approach sieht so lustig aus. Kleiner. Wie auf der Webseite, ja. Ja, mit der Sid dann wahrscheinlich noch davor. Ja. Ähm. Ich weiß, so fliegen die das doch nicht, das ist... Ja, die bekommen ja dann eh Vektoren von den Lotsen. Eben, deswegen. Das könnten wir auch simulieren, aber ich will das jetzt... Ich weiß jetzt nicht, wie das vom Sinken her aussieht, wie der das berechnet hat. Oh, da... So. IAS Hold. Gehen wir auf 3000 Fuß runter sofort. Dann knall ich da jetzt in einem durch. Ich mach 1.577% N1. Das krieg ich hin. N1 oder N2? N2, ne? Ich glaub, da hab ich einen Fehler in meiner Checkliste hier. So. Jetzt geht's nach unten. Die ersten 1000 Fuß hab ich weg. Ich bin auch schon grad am Singen. Ich bin jetzt schon nur noch auf 30.000 Fuß. Was trinken können. Alles bereit machen. So, bei Mach 1.5 TLA in 277%. Der gibt überall noch Gas bei mir. Hm. Aber der DSL-Punkt ist noch nicht erreicht. Ist bei mir auch. Weißt du, was die Position Altitude hier ist? 3000 Fuß. 3000 Fuß? Okay. Bin ich mir ziemlich sicher, ja. Und unsere Go-Around-Attitude. Wahrscheinlich auch 3000. Wahrscheinlich. Das ist meistens das gleiche, ne? Wir müssen uns da am T-Cast-Notfall sehen, glaub ich, oder? Ja, ich glaube nicht, dass wir uns da so ins Gehege kommen, jetzt wie du schon sagtest gerade. Schau mal auf dem Web-Eye. Schau dir das echt mal an. Ich bin noch ein bisschen früher da, aber du bist noch ein bisschen schneller. Ja, ja, ich muss jetzt mal gucken, ich muss auffassen, ich mach 1.5. Da bin ich nämlich gleich, da muss ich dann ganz, ganz dringend wieder verlangsamen, sonst schieße ich über meinen Punkt hinweg. Ja. Das, was bei dir automatisch funktioniert, mache ich alles von Hand. Da hast du zumindest was zu tun, oder? Ja, das auf jeden Fall. Da ist noch Handarbeit am Schubregler gefragt, hier. Mir reicht das hier erst mal ganz ehrlich. Du musst den True-Pay-Bel selber. Ja. Ich hab den jetzt gerade wieder zurückgezogen. Ich hab den aber auch zurückgezogen. Also das bleibt bei verschiedenen Geschwindigkeiten halt. Also bei, wenn ich den Descent anfange, gehe ich auf N1 2 94% und bei Mach 1 5 N2 77% und bei Mach 1 dann Idle. Und dann geht's richtig runter. Ich hab jetzt ne Sinkrate von 4.500 Fuß pro Minute. Ich seh schon mein Hold, wenn ich ein Go-Around mache. Ich flieg quasi genau da hin, wo ich herkomme, wenn ich ein Go-Around fliege. Ja, klar. Ja. Top-Shier von Rentersat. 100 dieser Diamanten. Ach, bei mir? Hm, bei dir. Der ist echt gut drauf, der. Ja. Ah, der hat echt schon manchmal Stress mit seiner Frau da. Ja, kann man ja verstehen. Mit der Fliegerei. Wenn ich grad nicht so viel Zeit hätte, könnte ich das auch nicht machen müssen. Das ist echt komisches Wetter. Irgendwie so neblig, dunstig. Ja. Willst du mal kurz bei mir in den Stream reinschauen? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin sogar bei dir im Stream. Was ist das, ein Kaffeebecher? Das ist ein Kaffee, ja. Geil, ich will auch rein. Du wolltest nur kurz zeigen. Cool. Daneben ist die Gasmaske, die Sauerstoffmaske, ne? Oh ja, stimmt. Muss man normalerweise so testen können, da ist so ein Testknopf. Echt? Aber bei der TMDG, ähm, konnte man den drücken. Cool. Aber auch Teil der Checkliste. Ha, stark. Boah, jetzt 7.000 Fuß pro Minute. Da geht's ab, ey. Schauber dir jetzt auch hin. Eigentlich kann ich, hab ich nicht mehr so viel zum checken. Landet dich da noch an? Das wird ein bisschen schneller sein, glaube ich. Boah, guck dir mal die, 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 die Uhr an hier. Die, die Höhenuhr hier. Die Wand hat da runter. Aber echt, ey. Unter mir ist nur noch Wasser, auch. Ich glaube, so lange bin ich fast noch nie geflogen, also. Am Stück? Ich hab dann immer, ja, vorgespult. Also ich hab schon längere Flüge gehabt, aber. Ich hab dann die Zeit immer vor. Okay. Also schneller ablaufen lassen. Was haben wir denn jetzt? Mach 1,05. Wenn man sich unterhalten kann, ist ja gut. Ja, ich drehe jetzt schon ein. In Richtung Flughafen. Das ist meine letzte, mein letzter Wegpunkt jetzt. 100 nautische Meilen noch. Wirklich? Wow. Und in den 100 nautischen Meilen muss ich noch 35.000 Fuß bewältigen. So. Mal schauen. Mach 1. Ich muss ja noch die Kurve fliegen. Da bist du, bist ja direkt da, ne? Transparency, die IS&D Mist, on. Ja, da bin ich direkt, ja, genau. Throttle Master Switch to alternate. So, was macht mein, mein Fuel? Der wird noch pumpen, denke ich. Ja, der ist noch fleißig dabei. Das ist auch gut so. So, wie sieht's denn bei dir aus? Ich bin jetzt bei 19.000 Fuß. Immer noch mit 1700 Fuß am sinken. Ach da, ich seh deine... Deine Sitter sogar auf dem Bild, ja. Hm. Die sieht lustig aus, ne? Hm. Und dein Sohn ist die Concorde auch schon geflogen. Ja. Er guckt halt bei uns, guckt zu. Ah ja. Hm. Hab ich ihm gesagt, dann kannst du auch, darfst du auch selber mal fliegen. War er natürlich hellauf begeistert. Ja. Kann man verstehen. Gibt's ein YouTube-Video, wo einer in X-Plane von seinem Vater, der Fluglehrer ist, also Landetraining, wo die zuerst in X-Plane machen. Okay. Oh, dann kriegt er in echt die Maschine und landet sie. Ah, cool. So, wo ich jetzt richtig langsam werde, ist gleich so ab 15.000, 14.000 Fuß, weil dann versuche ich den auf 250 Knoten runterzubremsen. Wie viele Knoten fliegst du noch im Moment? Ich bin bei Groundsby 364. Okay. Ich bin auch recht schnell. Und jetzt, ja. Ich werde dann aber auch auf 250 dann gleich gehen, glaube ich, bei Diesel. Bei 10.000, ne? Ja, es ist unterschiedlich. Ich glaube, je nachdem, in welchem Land du fliegst. Ja. Ich bin immer 10.000 zu gut. Ja, ja, ich mache das auch. Solange man jetzt nicht irgendwie allzu sehr online fliegt, ist das völlig okay. Ah, da siehst du gleich, wenn du nochmal reinschaust, die Kurve da. Das ist... Ich fliege quasi einmal komplett am Flughafen vorbei und dann... Ja, 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 genau. Aber finde ich interessant. Müsst du das nochmal mitmachen. Ich schlage mir jetzt nochmal... Ich gucke nochmal im Wetter. Da hätte ich halt bei der Concorde komplett Schwierigkeiten, weil ich mir das nicht vorstellen könnte. Was denn? Quasi, wie ich da fliege. Ich müsste mir das dann auf der Karte anschauen, richtig? Und... Was denn? 80, 5 Knoten. Ne, ne, 80, 5 Knoten. Alles gut. Aber variable Winddirection from 50 to... 1, 1, 0. Das ist... Ich komme auf dem Web-Eye, wie ich genau gleich hier fast angehe. Ja, ja. Ich glaube, ich werde dir wahrscheinlich zusehen können, also wie du an mir vorbeifliegst... Das kann sein, ja. So, 16.000. Jetzt geht's für mich los. Jetzt gibt's gleich die Approach-Checklist. So. Ich mach jetzt... Ich werde jetzt langsamer hier. Ja, ich bin auch gleich beim Diesel-Punkt. Continuously. Und... Jetzt... Gehe ich auf 2000 Fuß pro Minute. In etwa. Oh, ist ein bisschen ruppig. So. Erstmal... Nochmal Sprit gucken. Die sind noch nicht ganz leer. Dann... Ich bin auch gleich am Diesel-Punkt angekommen. Machen wir jetzt hier. Taxi-Turn-Lights... ...on. Seed-Belt-Signs... ...on. Engine control to approach. Engine flight rating. Climb. Engine rating to take-off. Engine recirculation while shut. Secondary air-door switch is auto. Brake fans sind off. Cross-feed valves shut. SSB... ...open and battery split to... ...ESS main. Sagt unsere Speed. Das sieht doch schon besser aus. Guck mal. 290 Knoten. Wir werden langsamer. Oh ja. Fuel-Weight. Wie viel wiegen wir denn noch? Das dürfte nicht mehr allzu viel sein. 90 Tonnen. Ist ja nix. Ich gehe jetzt auf 230 Knoten runter. Wenn es sich interessiert haben. Ja, ich knall da mit 250 gleich rein hier. Oh ja. Also, dass wir gleich eine schöne, hohe Differenzgeschwindigkeit haben, wenn wir ineinander... Ja, richtig, genau. Zeig mal. Ich werde einiges vor dir. Wobei... Der Flughafen ist hinten, ne? Der ist auf der... Der ist vorn an der Landzunge. Ja. So, 10.000 Fuß. Nose and Wiser down. 5 Degrees. Landinglights on. Ich lasse nur die T-Cast-Warnungen haben. Wirst du auch als Concorde dargestellt, oder nicht? Ja, ich werde als Concorde dargestellt. 10.000. 10.000. Wird es auf 6.000 gehen. Ja, 7.000. Hä? Alles gut? Ah, dann machen wir mal schauen. Ah, Tanks sind leer. Sehr gut. Tank 11. Aus. Shut. 5 off. 7 off. After trim switch. Normal. Das ist gut. Das ist auch gut. Jo, perfekt. So, guck ich mal, ob ich das ALS schon empfange hier. Nö. Im Moment noch nicht. Ja. Ja, der wollte wieder steigen. Glaube ich. Aber wozu? Ich weiß es nicht. Ist ja völlig albern eigentlich. Altimeter Setting, ja. Wir kacheln da gleich voll ineinander. Das ist ja klar, ne? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass das so auskommt. Ehrlich nicht. Ich sehe schon den Flughafen da unten. Du siehst echt? Der war komplett vorbei, ja? Den sehe ich ja gar nicht jetzt im Moment. Ja, bei mir ist es auch diesig, aber nicht so schlimm wie bei dir anscheinend. Nö, nö, es geht. Altimeter disagree. Verdammt. Ähm, auf welcher Fluke bist du denn jetzt? Ich bin auf 9200, aber anscheinend. Das ist falsch von Altimeter, also ich kann es ja nicht genau sagen. Oder habe ich dir falsche Werte gerade gegeben? Nö, das kann einfach sein, dass es vom Simulator anders ist. Naja, gut, das kann natürlich auch sein, ja. Ja, wenn er damit aufhört, ich geht es dann. Ah ja, jetzt hat es ja. Ich weiß nicht, bei FSX ist das B, Taste B, ne? Dann nimmt das automatisch. Ja, ich habe es jetzt einfach. Ich habe jetzt einfach so lange gedreht, bis er nicht mehr warnt, dass es falsch ist. Nicht falsch ist richtig, oder? Ja, nicht falsch ist richtig, ja, ja. Stimmt schon. Hä? Wer hat er jetzt? Ne. Ach, ich habe keine Ahnung. Wird schon passen. Ich könnte mal kurz schauen, warte, ich meine, ich halte mal kurz dann. Ich muss mal schauen, ob die Daten auch gut sind. Von 5 nach 6. Von 6,4,5. Müsst du doch jetzt eigentlich, äh... Müsstest du ja doch hier gleich ein ILS-Signal anzeigen, eigentlich. Ich kann hier bei mir quasi das Wetter anzeigen und dann quasi den direkten Wertchen entnehmen. Das ist bei mir 9,425... Oh, 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 oh. Bin gerade ein bisschen langsam geworden. Oh ja, ich hab... Du hast schon so einen hohen Anstellwinkel. Ja, weil ich zu langsam war gerade. Ja. Aber alles gut. Da ist das ILS-Signal. Schau mal her. Was ist? Oh, verdammt. Ich bin gerade irgendwie diskoniert. Leider hier in... Bei IWAU? Connect, ja. Connect. Ich glaube, ich bin wieder da. Ja, ich bin wieder connected. Okay. Ne, das wird richtig geklappt mit uns beiden, ne? Ist das dir bewusst? Ja, das... Warte mal. Aber ich sehe, du bist irgendwie noch über Wasser. Kann das sein? Ne, ja... Ich komme jetzt gerade genau an Land. Okay, dann stimmt die Position bei... Bei WebEI nicht. Im Moment. Ja, ich glaube, das hat gerade einen Fehler eh gegeben. Ich bin jetzt aber wieder connected. Okay. Also... Also ich habe noch 21 nautische Meilen im Moment. Ich bin... Ich fliege gerade parallel zum Flughafen. Also ich glaube, ich könnte... Müsste früher ankommen. Du darfst gleich noch nicht in mich reinrauschen, dann. Ja, also ich bin jetzt aktuell Flughöhe 3000 Fuß. So. Hab jetzt... Und versuche jetzt auf das ILS zu alignen. Ja. Ne, du musst früher da sein. Und ich ver... Das Problem ist jetzt... Ich muss... Ich werde jetzt gleich verlangsamen hier. Lass mal auf 210 Knoten. Du weißt schon, ne? Wenn wir das zusammenknallen und dann hinterher werden wir auf die Wao gefragt, wer da schuld ist, dann bist du schuld, weil du nichts geschrieben hast. Stimmt. Da war was. Ich glaube, ich sehe dich. Was? Ich sehe dich echt. Ich sehe dich. Das kannst du ja hinterher im Stream ankommen. Du kommst hier nicht an. Dein Stream ist irgendwie... Dein Stream ist irgendwie aus im Moment, glaube ich. Wirklich? Ja, ich... Ja, der ist schwarz. Schade. Wahrscheinlich war das irgendwas jetzt auch mit diesem Disconnect da gerade. Ja, ja. Wo siehst du mich denn? In welche... In welche Himmelsrichtung? Bei mir bist du auf ungefähr... Äh... 11 Uhr. Also du müsstest... Da bist... Aber der Stream ist wieder da. Du musst einmal reloaden. Na, da ist mein Iwao-Fenster vor. Stream geht alles gut, schreibt einer gerade. Also wir werden gleich live zusammenknallen. Nein. Ja, ich bin auf 6.000. Ja, ich bin auf 3.000. Alles gut. Du fliegst gleich genau unter mir runter. Kommst du von vorne? Ich komm von vorne, ja. Ich flieg gleich über dich rüber. Okay. Ich geh mal in Außenansicht. So, da seht ihr jetzt... Jo, ist das geil. Tatsache. Das hat Stil, ehrlich. Und das war nicht das. Stark. Siehst du mich? Ähm... Nee, ich hab... Ich... Es ist total bewölkt bei mir. Ah, okay. Aber du siehst auch keinen Namen oder so, oder? Nein, nein. Schade. Geil. Das ist ja cool. Ich folge dich gerade. Bist du bei mir wirklich eine Concorde? Ich müsste eine Conc... Das sieht bei mir wie ein A3 irgendwas aus. Ich müsste eigentlich eine Concorde sein. Ich hab's eigentlich so eingestellt. Das gab's wahrscheinlich nicht einfach... In dem Park, was ich runtergeladen habe. Kann sein. Da unten kommst du. Das ist... Das ist echt cool, ja. So. Alle Zuschauer, die sind aus der Landung gekommen sind. Big Daddy. Ah, okay. An den Zuschauer. Auf geht's. Ich schau dir zu, ne? Bei der Landung. Müsst du selber ein bisschen schauen von der Höhe her, aber... Ich hab auch schon mein ILS... Ne, ich nicht. So, my airplane. Du siehst noch keine Landebahn? Doch, zur linken... Äh, zur rechten von mir. Ah, okay. Ich bin jetzt auch schon im... Descent, was ja eigentlich nicht passieren sollte. Aber nun gut. Ja, jetzt... Jetzt hab ich's ILS. Jetzt dreh ich ein. Ich glaub, ich geh's auch auf 5000. Geer down. Landing lights on. Landing checklist complete. Oh, das ist aber... Doch schon neblig und sehr windig, ja. Bei mir ist es nicht ganz so schlimm. Ich hab recht klare Sicht. Ich hab einfach das von... Echtwetter von mir, X-Plane genommen. Sind sich nicht ganz einig. Oh, ich kann dir noch gut zuschauen. Dann haben wir beide noch ein Go-Around. Weil im letzten Mal, wo ich in Dubai gelandet bin, bin ich mit 5 Fuß pro Minute gelandet. Wow. Ja. Das toppe ich gleich. Haha, das will ich sehen. Ich hab auch so was eingestellt, dass man sich jetzt... ...die Landewarte. 500 feet stable. Das ist ja wunderschön, Mensch, bei dir. 100 feet. 100 feet. 200 feet. 50, 40, 30, 20, 15. 99 Fuß in der Minute. richtig gut. Oh ja. Das ist sehr schön. Richtig gut. So, dann mach ich mal Platz für dich, wa? Naja, lass die Zeit. Ich bin gerade hier am Reindrehen. Drehst du noch? Ja. Ich bin hier meine Kurve voll ausgeflogen. Schöne Frames habe ich heute, muss ich sagen. Ich weiß übrigens, woher diese OOMs kamen. Ich hatte für die Landung in Kai Tak des DirectX 10 ausgeschaltet. Und daher kamen dann ständig diese OOM-Fehler. Riss dir die Speicherbelegung wohl irgendwie dann anders berechnet. Ich bin ja eine riesige Kurve geflogen, ne? Aber jetzt erst nochmal 20 Meilen, wenn wir zurückfliegen. So, jetzt erstmal vom Runway runter hier. Ja, beim DirectX 10 oder so. Da fährt ein Auto! Puh. Das ist unter mir durchgefahren. Ah, okay. Jetzt hat's auch gesehen. So. Okay. Machen wir mal die Fällen hier. Parking Brakes. Checkt. Brake Fans. Erstmal Landing Lights off. Transponder to stand by. Dann Brake Fans. On. Nose ist ab. Das stimmt. Das wäre sicherlich... Kannst du da landen? Ich kann da landen. Ja, da kann ich landen. Hab ich schon mal gemacht. Auf geht's. Flight Direktors off. Flight Control Inverters off. PFC Master Warning cancel. SSB. To Close. And Ram Spill Master Switches to Manual. 2.0. So. 2.000 überfliegen. Okay. Ich frage mich gerade echt, was das korrekte Q&H ist. Warte, ich gucke mal eben. Achso, ja gut, bei dir, ja, ich weiß es bei dir halt nicht, das ist das Problem. Ja, ja, ich weiß es aber auch nicht genau. Also, eigentlich müsste das Wetter, was ich hier auch hier angezeigt bekomme, stimmen. Ich kenne hier auch. So, müssen wir eben gucken, zu welcher Rampe ich jetzt, zu welchem Gate ich hier muss. Da können wir, da könnten wir das Gate 13, Gate 12 nehmen, das ist das dritte. Wann war es nicht weit zu taxeln? So, inboard engines shut down und go ahead. Hallo, CoolCat, TwitchTV. Ich sehe jetzt gerade gesagt, das dritte Gate, ne? Äh, ja, ja, das ist, ja, ja. Ich bin gerade mitten im Land, im Landeanflug. Ah, ich sehe dich da hinten am Grund. Ich nehme da gleich mein Gate neben dir einfach. Das kannst du gerne machen. Die Landebahn sehe ich noch nicht. Ah, doch, oder? Ah, da kann man sie ja ahnen. Jetzt könnte ich mal den Approach-Button drücken, eigentlich. Hast du Landelichter an? Noch sehe ich dich nämlich nicht. Ja, ich habe Landelichter an. Ich weiß gar nicht, ob du mich überhaupt sehen kannst. Der Renter hat mich auch nicht gesehen. Der meinte, da müsste man noch irgendwas. Keine Ahnung. 30. So, ich bin am Gate. Warte mal, jetzt gucke ich mal in deinen Stream. Auch gleich den Flughafen. Ach, cool. Ich bin jetzt schon im Approach-Modus. Ah ja, da hast du ja noch ein Stückchen, ne? Ah ja. Tatsächlich. Da mache ich schon mal ein bisschen Checklist. Na ja. Damit ich meine Engines auskriege. Viel Treibstoff habe ich nämlich nicht mehr. So. Auto-Ignition. Off. Auto-Throttle. Off. Preservation-Static-Heaters. Off. ADS and Stand-by-Probe-Heaters. Off. Drain-Master-Heaters. Off. Wing-Intake-Anti-Eyes-Anti-Eyes-Anti-Eyes. Off. Preservation-Checkt. Nur für dich. Äh, ich bin auch dabei. Und für dich. Ah, das sieht doch alles ganz gut aus. Ja, ja. Boah, diese Stromleitung am Boden, die sind ja der Hammer. Ja. Obwohl, wenn man die von der Seite anschaut, es ist dick aus. Ah, okay. Okay. Das ist ein Problem. Ich habe extra schon hier einen Flughafen gedownloadet. Engine Controls. Ah ja, das ist... Batteries. Der Glide ist, glaube ich, auch alive. Ja, den hatte ich zuerst gerade. Das soll ja eigentlich nicht passieren, aber gut. Ja. Nee, bei der... Break Templates. Off. Bei der Kurve konnte mir das nicht passieren, dass da das andere zuerst ist. Nee, das glaube ich. So, das ist das. Dann. Parking Checklist. Brakes are set. Lights and Transparencies off. Taxi Turn lights off. Nose and Visor up. Das ist lieber auf, damit weiß ich. Soll ich mit... Emergency Generator Selector. Ja, ich bin ja eh so ein Freund von komplett manuell landen. Also ich habe ja... Ich lande ja... Also ich weiß nicht... Ich weiß gar nicht, wann ich meine letzte Autoland gemacht habe. Das ist ewig her. Auf geht's. Ähm... Batteries... Engine 1... Bin eh super leicht. Ich habe noch 5,4 Tonnen. Ich sehe dich... Ich sehe dich nicht. Ja. Ja. Mach mal Autopilot aus, ne? Ah gut, du bist ja auch noch ein Stück weit weg, ne? Ground Power. Gucken, ob ich meine Engines noch auskriege, bevor du landest. To close, dann... Ich habe jetzt sogar... Ah, der Wind, der dreht sich. Electric Trim... Ja. Ich habe so gut im Szen hier. Das habe ich gerade auch gehabt. Es geht aber kurz vorm Aufsetzen, ist es wieder etwas besser. Ja. So, jetzt Generator-Switches off. Und danach kommt Engine No. 1 off. Oh, ah! Ja, drückt mich schon ganz schön zur Seite. Ich höre gerade, wie meine Engine ausgeht. Ich habe gerade irgendein Problem mit den Triebwerken. Oh, oh! Aber doch nicht so kurz vorm Landen, oder? Mach kurz Speed an. Ja, doch. Oh. Ich muss es gerade mit... Ich habe jetzt gerade den Autopilot wieder für Speed aktiviert, weil er irgendwie meinen... Ich glaube, meinen Joystick nicht erkannt hat. Das habe ich auch schon mal. Jetzt muss ich hier ein bisschen runterdrücken, das Teil. Ich versuche, dich zu sehen, aber ich sehe dich nicht. Naja. Das ist doch sehr neblig. Ich weiß gar nicht, wo das Ende der Landebahn ist. Jetzt bekomme ich schon die Unstable-Warnungen. Ich fliege hier runter. Too high? Bist du da? Ich sehe dich. Glaube ich, oder? Mit dem ganzen Diesel-Nebel? Ne, ich sehe dich nicht. Oh. Ich habe... Hahaha. Es hat sich aber nicht so schlimm angefühlt, wie es angeblich da war. Das waren auch keine 500 Fuß pro Minute. Ja, ja. Ah, nee, das kann nicht sein. Ach. Nee, das... Der Controller ist komplett... Der gibt jetzt auch gerade Gas, obwohl ich eigentlich kein Gas gebe. Ich muss mal kurz ausstecken und wieder einstecken. Nee, das war... Also das waren keine 500 Fuß. Also das... Ja. Kam mir wirklich nicht so vor. Aber ich sehe dich jetzt. Tatsächlich. Also ich kann dich sehen. Äh, du müsstest dir die Libraries runterladen. Tatsächlich dann. Aber guck, ich sehe dich zum Beispiel nur mit... Nur als weiß. Ohne... Ohne Textur. Aber das kann auch am... Am Flugzeug liegen, wenn du das falsch eingegeben hast. Vielleicht. Ähm... Nee, ich habe schon eine 737 KLM eingegeben. Ja, als 737 sehe ich dich wohl. Aber ich... Du hast... Du bist halt weiß. Als weiße Texturen. Das ist ohne... Komisch. Ohne Painting. Siehst du gleich, wenn du neben mir stehst. Ja. Ich habe die... Eigentlich schon auf dem aktuellen Stand. Da habe ich extra gedownloadet alles. Was die mir da vorgeschlagen haben. Aber ich meine, da war halt eben kein Concord dabei. Verstehst du? Ja, die ist... Eigentlich gehört die mit dazu. Ah ja, okay. Das habe ich nicht gesehen. Fast Seed Barrels. Auf dann... Schade, dass es jetzt halt so aufgelaufen ist. Du hast... Open... Ja, Big Daddy, das ist nicht das Beste. Oh, ich glaube nicht, dass es 500 Fuß waren. Ganz ehrlich nicht, dass... Ich freue mich dann mal in der Wiederholung. Das ist, glaube ich... Nee, nee, das... Ich glaube, das war weniger. Warum auch immer, er da 500 Fuß angezeigt hat. So. Engine Anti-Icing ist off. Auto Ignition ist off. Light Deck Door ist... Unlock. Bleed Vibes. Shut. Conditioning Vibes off. Batteries to butt off. Transponder Standby. Bis zum anderen Ende der Landebahn. Brake Fence? Nee, eigentlich nicht. Ich muss noch richtig weit taxeln, um zu dir zu kommen. Ja gut, du stehst schneller als ich, ne? Ja. Ja, der hat ja auch von alleine hier Umkehrschub reingehauen und alles. Ja gut, das mache ich ja auch, aber halt das macht es ja nicht automatisch. Ja. Elapse Clock. Bis gleich, wenn ich bei dir bin, würde ich nochmal gerne sehen, wie ich für dich auch... Interestiert mich. Ja, klar. Engine Feed Pumps... Gibt Schlimmeres, ja. Ich würde es da echt nochmal in der Wiederholung anschauen. So schlimm, so schlimm wie die Landung von mir auf, auf Zypern kann das gar nicht sein. Beziehungsweise die, die ich da mitgemacht habe. Das Lustige ist, du schwebst bei mir ein bisschen in der Luft, ey. Weil... Das Fahrwerk nicht draußen ist. Nee. Weil das hier alles abschüssig ist. Ach nee, das ist genau... Das verträgt sich nicht ganz so, ne? Weiß nicht, wie realistisch es ist. Was so abschüssig ist. Ist wahrscheinlich schon, das... Wie steuert es denn? Nee, ich kann hier so mit dem Joystick so rechts und links... Ah, das ist ja... Big, Big Daddy sagte gerade, das ist ein X-Plane 11 und FSX Problem. Ja. Ja, das ist klar, die... X-Plane ist ja wesentlich genauer als FSX. Dann hast du das Problem, dass dann irgendeiner in der Luft hängt. Aber dass sich nicht als Concorde dargestellt wird, ist komisch. Ja, muss ich nochmal nachschauen. Wahrscheinlich hängt es mit demnächst zusammen dann. Keine Ahnung. Da gibt's glaube ich... Da gab's auch Auswahlmöglichkeiten, wie viel man runterladen will oder so. Ja, du musst... Im Prinzip brauchst du eigentlich die ganze Library. Was dick ist. Das, was mir da vorgeschlagen, wurde alles immer runtergeladen. Ja, dann fehlt die... Da ist dann die Concorde nicht bei, das ist richtig. Ja. So, Engine Feed... Achso, da war ich jetzt gerade. So, zang. Das ist aus, das ist aus, der ist aus, der ist aus, das ist aus. Trim Pipe Drain, die sind shut. Die sind auch shut. Die sind auch shut. Die sind auch shut. Neben dir steht Polizei mit Blinklicht dann hier, bei mir. Ui. Ja, da ist... Ich hab Schmuggelware dabei, ich wollte es nur nicht so sagen. Aha. So, Fuel Low... Pressure Protection. Ich stell mich jetzt gleich links neben dich. Ja. Die wollen dich abholen. Wer ist so schnell getaxelt? Ich war ganz langsam. Ja, gut. So. Ist ja immer Company-abhängig. Air Data Computers. Off. Warum hab ich hier keinen Einweiser? ADS Standby Pro... ADS Master Warning. Cancel. INS System. Ich brauch jemanden, der mich einweist. Schöne dich auf jeden Fall. So. Ich werde jetzt einfach hier stehen, sonst krache ich in. INS Off. Schauen, wie ich da stehe. Ach, ich kann nicht gar nicht. Warte mal. Ja, ich muss da aus dem Cockpit raus. Flight Control Inverters to Power Off. Ja, fahr erst mal runter. Wir stehen ja eh neben mir da drauf. Anti-Collision Lights Off. Die Flaps dann noch schnell einfahren. Hydraulics Off. Navigation Lights Off. Emergency Lights Off. Brake Fence brauchen wir, glaub ich, nicht mehr. Sind unter 50 Grad. Roof and Panel Lights Off. Ich glaub, ich fahr das ganze tatsächlich noch runter, bis jetzt die ganzen Checklisten durchgehen. Ja, für mich gehört das ja mit dazu. Ja. Weich. So. Master Seabees to Trip Shutdown and Rear Extract Fans Off. Schau mir lieber schon mal eine Wiederholung an. That's it. So, jetzt kannst du, wenn du mal gucken magst, bei mir im Stream. Ich schau mal bei dir. Jetzt bist du weg. Warte. Oh, oh. Ich glaub, wegen dem Replay kann das sein. Das kann so sein. Ich geh da raus schnell. Das ist gerade... Jetzt muss ich wieder da sein. Nee. Warte, ja, das dauert noch kurz, oder? Da bist du wieder, ja, ja. Ja, du bist einfach als weiße... Als weiße Struktur. Ah, da bin ich angeflogen gekommen. Ach, verdammt. Naja. Naja, das ist eine Einstellsache. Ich hatte das mit Renterset auch mal. Das kriegt man... Stopp. Musst du das da fast eher einstellen, oder bin ich das quasi? Naja, das... Wir hatten das Problem mal mit Renterset, da war's... Da lag's an Renterset irgendwie. Ah ja. Ich frag ihn mal. Ich glaub, er weiß noch, was das war für ein Problem. Ich glaub, der... Deswegen... Du hast ja schon gesehen, wie du bei mir aussiehst, oder? Ja, ja, du schwarz halt. Nee, nicht schwarz. Du bist ein A320 bei mir. Ja, bei den schwarz. Ein normaler Liver. Ja, echt? Zeig mal. Einmal. Ich... 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 Ich halte grad drauf. Ja, aber der... Die Textur ist schwarz, oder nicht? Oder sehr dunkel. Aber sehr dunkel, ne? Echt dunkel, ja. Das stimmt, das stimmt ja auch irgendwas nicht. Ja, da muss ich auch mal schauen. Naja. Lad dir mal... Also lad mir... Du musst es wirklich mal komplett runterladen, dann... Da kommt noch wer, glaub ich. Da kommt... Landet grad wer? Echt? Bei Web einmal gucken? Ja, da landet gleich jemand. Ja, stimmt. Ein A320. Von O-T-H-H. Short Final. Ah, ja. Ey, cool. 30 links auch, ne? Den schau ich jetzt nicht. Ja, die... Ist klar, weil die nah an den Gates dran ist. Deswegen nehmen die alle 30 links. Ja. Der ist schon FS3. Airline Katar. Hamad Intel ist der losgeflogen. Short Final. Hm. Im E-Wau ist er noch in der... Fliegt er noch in die falsche Richtung. Auf dem Web ein, ne? Oder ist es... Der richtige? Ne. Der dreht noch seine Kurve, oder? Ist er wirklich im Final? Ja, der... Der... Also im Moment, der ist bei mir, ist der noch... Der ist noch nicht im Final, nein. Definitiv nicht. Ja, ich glaube schon. Mal kurz. Fören wir denn diese Möglichkeiten im X-Plane? Ja gut, ich werde jetzt aber speichern und dann werde ich auch mal in Richtung Bett verschwinden. Ja. So, thank you for watching my stream. Next slide will be... On the... Yeah, next slide will be tomorrow on the 30th of June. And... If you want, you are welcome to join. Bye bye. Bye bye. Ja, auch Big Daddy. Ciao. Schön, dass du da warst. Ja, auch Big Daddy. Ja, auch Big Daddy. Untertitelung des ZDF, 2020